Danke, 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 vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Guten Tag, verehrte Gäste der Welt im Manga. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Manga-Montags. Der Montag, an dem wir, damit meine ich Flo und ich, über Manga sprechen und nicht zu sagen über einzelne Bände. Was ist ein Manga? Tja, sowas wie zum Beispiel Angel Lloyd aka Soda no Otoshi Mono von Zuminasuki, bei Panini erhältlich und der 16. Band heute. Nur noch vier, tatsächlich. Wir nähern uns in, wie nennt man das, nicht vorhanden großen Schritten. Ja, genau, in ultra-Niedriggeschwindigkeits-Hydrations-Triebkraft. Ja, mühselig ernährt sich das. Super-Subsonic. Also das ist so schon, wenn du die Schallmauer durchbrichst, das ist ja schon mal ein Event für sich. Bei uns ist das das Gegenteil, wenn man so langsam ist, dass man die Anti-Schallmauer durchbricht. Dass man gar nicht durchkommt, weißt du, dass du, du musst vorher noch den, du musst vorher noch den, äh, Türsteher irgendwie überzeugen, dass er dich durch die Schallmauer lässt, weil so langsam, wie du da ankommst, der lässt sich da nicht in die, der lässt sich da nicht rein. Oh Mann. Der Luftwiderstand ist zu groß. Ja, mein Gott, äh, aber, ey, es gibt immer noch Leute, die, äh, werden es jetzt wahrscheinlich bis zum Schluss anhören und dafür schon mal erstmal vielen, vielen Dank. Äh, für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, weil sie vielleicht neu dabei sind und nicht wissen, dass es, ich glaub schon seit zwei Jahren, oder? Oder seit einem Jahr, ich weiß nicht, wie lange, wann der erste Part da, äh, gemacht wurde, ehrlich gesagt. Ich könnte mir aber vorstellen, ja, 2020, 21 vielleicht? Ich hab, ich hab das Gefühl, ja, ähm, da, 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 auf jeden Fall, äh, Flo und ich haben ja auch schon davor mit, äh, Aiken zum Beispiel, äh, das Ganze gestartet und haben uns immer gesagt, oder hatten uns zumindest so grob vor, dass wir immer montags zumindestens das Video hochladen. Wann montags ist mittlerweile so ein bisschen, hä? Ja, aber geplant war es, als es immer ein Montag ist und dass wir uns das Manga-Montag nennen und wir tun quasi Band für Band durchgehen und philosophieren darüber ein bisschen, über unsere Erfahrungen. Und gleichzeitig hab ich Flo, äh, ja, mehr oder minder dazu gebracht, einen Manga zu lesen, den er vielleicht nicht gelesen hätte. Ja, jetzt, 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 so, so, ohne, 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 äh, Trieb, nicht. Genau. Ich bin so nicht drauf gekommen, ne? So, ähm, 2021, äh, 16. August, das ist Part 2, Part 1 hab ich jetzt einfach nicht gefunden. 21? Ja. No fucking way. Okay, mein Gott. Okay, ja, fantastisch, ähm, dann würde ich sagen, also das andere war, dass du, äh, dass du mittlerweile Harpien-Bubis magst. Ah, Hammer, ja. Ich wurde konvertiert. Das muss man ja auch mal sagen. Ja gut, das war so ein schleichender Prozess schon irgendwie, aber, aber das hat's irgendwie, da hab ich's erstmal realisiert. Ja, er ist einer von uns jetzt. Aber, wir werden heute drauf eingehen, dass das absolut, äh, verständlich ist. Hammer, Hammer. Und wenn die dafür zugeführt haben, dann, äh, da haben die alles richtig gemacht. So, Band 16 beginnt höchst dramatisch. Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Ja, mach mal. Wir, äh, die Leute, die natürlich in, äh, Kapiteln leben, Band 16, beinhaltet Kapitel 62 bis 65. Wir beginnen mit dem 62. Kapitel und bekommen tatsächlich, weil im letzten Part, falls ich, das ist doch nicht so lange her, man kann sich eventuell noch erinnern, ähm, da geht es um, jetzt diesen Part, dieses Kapitel Karmgefühl, nennt sich das Ganze. Und hier war's so, in dem letzten Part haben wir gesehen, wie, oh Gott, Namen, oh Gott, Namen, mir fällt grad was auf. Ich muss, ich muss meine, ich muss mal kurz meine schlaue Liste rausholen. Ich, ich hab gewusst, irgendwas, irgendwas fehlt, irgendwas fühlt sich hier nackt an. Wer denn? Weil, ähm, nee, so hab ich's nicht gemeint. So hab ich's nicht gemeint. Ähm, ich muss meine schlaue Namensliste auspacken, weil ihr wisst, Namen sind Schall und Rauch und wenn ich die nicht vor mir habe, dann ist das alles eine mittlere Katastrophe. So, weil wir hatten nämlich unseren Bad Boy, Engelboy namens Minos, genau Minos hieß er, ähm, der hat im letzten Part, also im letzten Kapitel, zu seinen, hab ich ihm gesagt, so, mir ist langweilig, ich will mal wieder endlich Spaß haben, ich will mal ein paar Erfolge haben, es reicht mir jetzt. Er ist halt richtig angepisst von, äh, Tomoki und dem Rest, dass er sagt, so, wisst ihr was, ihr zwei, ihr geht jetzt runter und macht, äh, hier die Uranus Queen platt, also Ikaros. Genau. Er hat die rechten Befehl gegeben und, äh, genau. Eigentlich hat man ja auch in deren Gesichtsausdruck gesehen, ähm, er hat sie ja so gesehen, in, 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 ins Verderben geschickt. Genau, einfach nur für Unterhaltungszwecken. Ja, genau. Er weiß es wahrscheinlich, dass die nicht, äh, erfolgreich zurückkommen, aber ist ja egal, die hören ja auf ihn, sie sind ja imprinted, sie sind ja quasi die Sklaven von ihm, er ist der Meister. Und alles, was er sagt, müssen sie tun, auch wenn sie da vielleicht keinen Bock drauf haben, es ist halt dieses Imprinting, ne, wo sie sich nicht gegen wehren können. Und die Harpien, ja, wider Willen, kann man sagen, aber durch diesen Zwang fliegen auf die Erde und, ja, werden erstmal hier im ersten Kapitel so ein bisschen vorgestellt. Größe 166 Zentimeter, ist vergleichsweise groß, muss man sagen, also so für, für, für typische Anime-Manga-Girl-Größen. Also sind beide scheinbar, wahrscheinlich sind es Zwillinge, oder? Ich würde mal, ich würde mal so, ich würde sagen. Obwohl sie so, 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 so leicht unterschiedliche Körpereigenschaften haben, also ich glaube aber so sind sie eigentlich sich ziemlich ähnlich. Ja. Ja. Ähm, 51 Kilogramm, für, für die Leute, die es interessiert. Flügeltyp, nicht variabel, Hauptwaffen, Ultrahochtemperatur, Kompressionskanone, Prometheus und Vibrationsclown, ne mehr, ja. Ich glaube, das sind beides wieder irgendwelche griechischen Götter oder sowas. Ähm, oder Halbgötter, ich glaube Halbgötter sogar, oder? Kann auch sein, ja. Ist, glaube ich, kein Gott, Gott. Äh, sicher bin ich mir gar nicht. Prometheus war... Hm, hm, hm. War das nicht sogar irgendwie der Streit, der Streitwagen von irgendjemandem? Na, egal. Vielleicht hat es ja sogar in einer gewissen Form Sinn, so von der Lore her. Ja, auf jeden Fall, in dem ersten Kapitel, ähm, sind die zwei, tauchen auf im Garten von Tomoki und stehen direkt eins zu eins vor Icarus. Und die realisiert, oh Gott, Harpien sind vor mir. Jetzt geht's los. Und, ähm, ja. Da wird nochmal kurz durchgegangen, was das letzte Mal passiert ist, ne. So, zum Zweck eures Daseins ist es doch, mich zu erfreuen. Also Minus will Spaß haben, will einfach sehen, wie so ein Kampf dann tatsächlich wird. Auch wenn er weiß, dass die wahrscheinlich draufgehen. Und trotzdem sagen die Harpien zu Icarus, wir zerstören dich, du musst gegen uns kämpfen. Und, ja, Icarus sagt einfach nur, das geht nicht. Ihr habt gar keine Chance. Das wisst ihr doch. Das ist einfach unmöglich. Ihr zwei könnt mich nicht besiegen. Mein Power-Level ist viel zu hoch. Das ist over 9000, sozusagen. Und, ähm, die Harpien, oder gerade die eine, die ein bisschen temperamentvolle. Man muss ein bisschen sagen, es ist schwierig, weil die haben noch keine Namen. Also im ganzen Band bisher noch nicht. Das heißt, im Grunde, ja, die eine nennt die andere halt Schwester, aber das ist das Höchste der Gefühle. Deswegen, es gibt halt eine ältere und eine jüngere Schwester. Ja, genau. Ja, es ist bei, bei Zwillingen in Anime und Manga immer öfter so, dass die sich wirklich daran unterscheiden immer. Also so untereinander. Wer erstgeborener, wer zweitgeborener ist, ne? Also hier wird, äh, bei, bei, bei AnniList wird die eine als HP2 und HP1 dargestellt. Aber das kann auch sein, dass das einfach so ein, ich hab nicht weit genug gelesen Ding ist. Ja, ja. Also auf dem einen Bild da, bei dem, bei dem hier, äh, bei dem Inhaltsverzeichnis, da hat die eine ja einen Tanktop mit einer 2 drauf. Da ist eine 2 drauf? Bei mir, ja. Im Inhaltsverzeichnis, ne? Ja, 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 ja. Achso, im Inhaltsverzeichnis. Achso. Ja. Stimmt, jetzt weiß ich, das Chibi-Ding da, ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall, ja, wissen die halt, dass es, ja, unmöglich ist. Und die, die ält, nee, doch, die ältere Schwester ist so ein bisschen die, die aufbrausendere, die temperamentvollere. Und die ist halt super wütend und sagt, sei still, äh, wir haben, wir sind doch nur rücksichtsvoll, ne? Also wir könnten jetzt auch hier gleich Tomoki und das Haus hier von deinem Meister irgendwie platt machen. Jetzt, äh, lass uns endlich gegeneinander kämpfen, nur so quasi Mann zu Mann, Frau zu Frau, was auch immer. Mhm. Zahn um Zahn. Da kriegt, sie kriegt Icarus jetzt schon leicht, leicht Angst zu tun, weil die Waffe direkt auf das Haus gestellt wird. Aber dann kommt Nymph und sagt, gar kein Problem, ähm, das lassen wir natürlich hier nicht zu. Und dann fangen die an, gegeneinander zu kämpfen. Äh, Nymph, Nymph geht in ihren Ultramodus, äh, Uranus Queen wird, äh, gerade angeneinander. Aktiviert, aber in dem Moment, und das finde ich ehrlich gesagt persönlich so eine so scheiß coole Szene wieder mal. Das sind wieder diese Momente, wo du denkst, oh mein Gott, Tomoki ist eigentlich ein so cooler Charakter, wenn er diesen Idioten-Modus da nicht weglassen würde, ne? Ja, genau. Ich glaube, das ist auch nur sein Limiter. Ja, 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 ich glaube, der muss irgendwas ausleben, weil sonst, sonst, sonst kriegt er die Krise wahrscheinlich. Ja, das ist so, so wie so, wie so, wie so eine, so eine heftige Maschine, wo sich nach einer Zeit so richtig so Gas aufbaut und das muss halt irgendwann mal abgelassen werden, sonst, sonst platzt er. Ja, und er lauft da einfach, ich glaube, er hat eine Angel in der Hand, oder? Ja, eine Angel. So ein Stock oder eine Angel, irgendwie sowas. Ja, ist eine Angel tatsächlich. Ja, ist eine Angel, ja. Angel in den Eimer und läuft dann einfach, während die da sich gerade so voll aufpumpen, ne? Voll, voll, voll vor die Waffen und so. Vor die Waffen, einfach so zwischendrin, zwischen die Reihen, lauft da einfach so durch, ganz gemächlich und sagt, so, Schluss jetzt, aufhören. So, das war's. Und dann sagt, aber Tomoki, die hier sind, die wollen Stress machen und der guckt einfach nur nach hinten und sagt, hört auf. Ich mag dieses Lecher, dieses, hört auf, hört einfach auf. Hört auf. Hört einfach auf. Und alle sind so, total irritiert und, hä, was, was heißt, wir waren jetzt gerade so voll im Kampfmodus, aber jetzt ist irgendwie gerade irgendwie die Luft wieder raus. Und dann lauft er an den zwei Harpien vorbei, beachtet die kaum und sagt, komm, Leute, wir gehen Klamotten kaufen. Die so, was, wie Klamotten kaufen? Hallo, wir sind, wir sind Feind, wir sind doch böse, was soll der Blödsinn? Und er meint so, ja, wenn ihr die ganze Zeit hier so rumlauft, dann weckt ihr Aufsehen und, wenn wir eins wissen, immer noch, Tomoki mag das eigentlich gar nicht. Er will nicht Aufsehen erregen, er will eigentlich sein normales Leben. Er will eigentlich ein ganz normales, schönes Leben haben. Ja. Und, ja, behandelt die halt einfach nicht wie Feinde oder sowas und sagt dann halt, ja, komm, wenn ihr kämpfen, unbedingt kämpfen wollt, dann können wir das auch noch nach dem Einkaufen machen. So einfach so. Für alle Zeit der Welt, genau. Ja, wir tun uns jetzt erstmal schön einkleiden und danach könnt ihr euch die Rübe einhauen. Also es ist so ultra cool. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, so vom Design her? Ja. Das ist das erste Mal, dass er so aussieht mit diesen geschlossenen Augen und dieses bisschen ruhigere. Ja, das ist interessant, weil er sieht dadurch unfassbar erwachsener aus. Ja, wollte ich auch gerade sagen, genau. Er hat da eher so eine Ausstrahlung wie Sugata, so in der Richtung. Ja, genau, genau, so ein bisschen so, ja, Erwachsene einfach. Ja, genau. Und das sieht auch, also so könnte ich mir halt auch ein Tomoki mit, was weiß ich, 30 oder so vorstellen. Ja, noch so ein Kokoro-Schnurrbart und dann. Ja, genau. Ja, und dann gehen die halt erstmal ins Einkaufszentrum, beziehungsweise in so einen Laden mit, das ist quasi so ein Pseudo-Kombini, der aber nur halt irgendwelche Klamotten hat. Ein Taco. Überwiegend scheinbar für Frauen. Ja, genau, ein Taco. Ein Kick. Ein Kick. Und dann gehen die rein und ziehen ihre Outfits an, was ganz praktisch ist, weil auf der einen steht der Eins, auf der anderen steht der Zwei, dann kann man die endlich mal auseinanderhalten. Natürlich sehr gute Outfits von Mangaka, sehr gut gewählt, natürlich kurze zerrissene Hotpants, Jeans und dann irgendwie so ein, das nennt man Tanktop, gell? Ja. 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 Ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch so anzieht, weil ich weiß von meiner Mutter, dass das damals in ihrer Zeit, wo sie jung war, das totale Ding war. Genau. Also zerrissene Hotpants und so. Genau, und Tanktops und Achselhaare und alles und das war ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch ein Ding ist, die Achselhaare definitiv nicht, ich glaube, das ist mittlerweile verpönt. Ja. Bei vielen. Ja, teilweise ja schon bei Männern. Ja, 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 klar. Aber ich glaube ansonsten eher seltener, glaube ich, oder? Oh shit. Ich bin weg. So. Ja. Okay, kurze Pause, muss ich vielleicht minimals ein bisschen was rausschneiden, ich habe es mir jetzt gerade notiert. Ja, Flo hat einen Disconnect. Ja, oder du, weiß ich auch nicht. Naja, ich habe aufgenommen, ich habe ja sogar, das Lustige ist ja, du bist sogar auf der Aufnahme drauf. Ach echt? Mit deinem Gegruschel und so. Ja, ja, ich habe dich komplett gehört die ganze Zeit. Ach, das ist ja gruselig. Das ist ja vielleicht irgendwie so ein technischer Defekt von meinem scheiß Browser oder so, das kann ich mir vorstellen. Naja, egal. Müll. Müll, Müll, Müll. Okay, ja, wir haben über Mode philosophiert. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum wir das immer machen, weil wir sind eh wahrscheinlich alles andere als modisch begabt. Aber Mode im Manga ist immer was Faszinierendes, oder? Man muss kein Koch sein, um ein gutes Steak zu erkennen. Das stimmt. Teilweise. Ich würde bei Mode, würde ich mich dann doch ein bisschen außen vorlassen. Ich sage einfach, es sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus, ist legitim. Wenn ich in so einer High-Fashion-Show in Paris sitzen würde, dann würde ich immer nur denken, den Scheiß zieht doch kein Schwein an. Ja, weil es ja auch so ist. Ja. Ist halt High-Fashion. Weil es ja auch so ist. Es ist ja mehr oder minder, guck mal, das kann ich. Das habe ich gelaufen und es ist auch so ein bisschen Kunst. Guck mal, so viel Crap habe ich im Hirn. Ja. Die meisten ziehen das Zeug nicht an. Nein. Das hat einmal gemacht, dann läuft einer über den Catwalk und dann ist gut. Also nur den einen übertrumpfen im, was fällt am meisten auf, glaube ich. Ja, aber weißt du, was bei diesen Tank-Tops und Hotpants auf jeden Fall auffällt? Ja. Dass es nicht als Rüstung funktioniert. Nee, das stimmt. Also das merkt die eine auch dann, Nummer zwei auch direkt. Und sagt, hey, das ist doch Quatsch. Bist du bescheuert? Das bringt doch gar nichts. Es ist unmöglich, dass wir uns so anziehen. Und du denkst jetzt so, du denkst jetzt so irgendwie so, das ist jetzt diese Aufbrausende. Aber es ist tatsächlich die Jüngere, die sich da so anstellt und der das richtig peinlich ist. Und Tomo sucht dann natürlich ein gewagtes Outfit nach dem nächsten für sie aus. Klar, weil wenn er schon mal quasi die Barbie ankleiden darf, so nach dem Motto, dann nutzt er das natürlich. Da finde ich das so geil, dass dieser Taco-Kick-Verschnitt, diese ganzen Outfits überhaupt hat. Kannst du jetzt natürlich auch wieder mit der Matrix-Theorie sagen. Ja, das stimmt, genau. Dass da genau das ist, was er sich wünscht oder was er braucht für seinen Moment. Das passt sich ihm an, ja. Genau. Aber ja, es wäre trotzdem lustig, wenn die einfach wirklich so Zeug hätten. So ein Bunny-Suit und hier irgendwie dieses Mitski oder wie die Dinger. Ja, hier Sukumisu. Ja, Sukumisu. Oder hier hätte man ja diese Sportuniformen, Buruma. Buruma. Das ist das Einzige, was ich mir immer merken kann. Das andere, das vergesse ich immer vom japanischen Namen her. Also diese Schüler-Sport- und Schwimmuniformen, die es, glaube ich, so in Japan nicht mehr ganz gibt. Nee, so wie ich das gehört. Oder wenn man sich mal so moderne Sachen anguckt, die nicht so auf Fanservice aus sind, dann siehst du, die haben meist jetzt alle diese Bodysuits. Teilweise sogar unisex. Also diese kannst du ungefähr mit dem, was hier Sportler damals in den 80ern getragen haben, diese Spandex-Suits da. Ja, 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 genau. Der Traum ist vorbei. Mit der Faust in die Höhe, mit einer Träne, die so langsam die Wange runterkullert. Wir hatten es damals noch, 2000er, 90er, 80er, wir hatten es noch, wir hatten es noch. Das kann uns keiner mehr nehmen. Aber ja, Tomoki zieht dann natürlich wieder die gesamte Bude an. Wie gesagt, die Jüngere, die eigentlich recht gechillt wirkte am Anfang, checkt das halt sofort und sagt, ey, das ist mir zu pervers hier, wenn du mich anziehst und so. Und die Ältere, die eigentlich wesentlich temperamentvoller ist, macht dann einfach so die Umkleidekabine auf, steht da einen kompletten Bunny-Suit da, inklusive dieser Netzstrumpfhose und so, wo man durchgucken kann. Sogar die Ohren zieht sie auf. Genau, sogar die Ohren zieht sie auf und meint dann so, naja, gut, bewegen kann man sich da trainieren, ist aber nicht. Und die andere Schwester meinte dann so, ey, das ist, warum? Alle sind so ein bisschen baff, dass sie das einfach so rigoros macht. So, ey, du weißt schon, schämst du dich denn nicht? Und sie meint dann so, warum soll ich mich schämen? Und dann geht Tomoki natürlich in. Er hört, warum soll ich mich nicht schämen? In natürlich. Dann kriegt sie ein Polizeiautfit, dann kriegt sie dieses Sportoutfit, dann kriegt sie natürlich das China-Outfit. China-Tress, genau. China-Tress. Dann kriegt sie natürlich ein Maid-Outfit. Und daran, liebe Leute, merkt man, dass es ein Manga von Anno dazu mal ist. Ein Manga noch vor den 220ern. Ein Manga teilweise noch so gesehen vor den, also wahrscheinlich der Manga, wenn er jetzt rauskommt, 2016, der wird wahrscheinlich 2012 oder so rausgekommen sein. 2014 ist der letzte Band. Und in den 2000ern war halt totaler Maid-Boom. Maido war immer ein Ding. Und daran merkt man, dass in der heutigen Manga wird das nicht mehr so auftauchen, weil das nicht mehr so ein Thema ist. Oder eher seltener, sag ich mal. Aber damals, klar. Maido-Outfit war immer das höchste der Gefühle, so letzten Endes. Da wäre dann wahrscheinlich irgendwas mit Catgirl oder sowas noch mit drin gewesen. Ja, stimmt, genau. Und eine Krankenschwester. Ja, eine Krankenschwester, genau. Das fand ich immer furchtbar mit so einer riesigen Spritze. Ja. Wer findet das hot? I hate it. Da musste ich immer, wenn ich das gesehen habe, ich musste immer an die Krankenschwestern aus Werner denken, die den Einlauf verpassen wurden. Ja, sowas in der Richtung. Du siehst diese riesige Spritze und denkst dir, nope, 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 nope. Selbst mit einer Kleinen denk ich mir so, nope, 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 nope. Warum nicht ein Stethoskop oder so? Ja, genau. Sei lieber Doktor. Ja, genau. Doktorin. Ja. Und ja, und sie zieht es halt alles an und ist total unbeteiligt, total so, ja, hab's halt an, so, ne. Und Tomoki denkt, und sie sagt dann so, und was jetzt? So leicht genervt. Gefällt ihr alles irgendwie nicht, weil sie will ja eigentlich so eine Art Rüstung haben und meint halt immer, naja, man sieht zu viel, das ist irgendwie, ne, zu viele Angriffsmöglichkeiten und bla, bla, bla. Und Tomoki realisiert, das funktioniert irgendwie nicht, ne. Jetzt ist sie zwar in diesem Maid-Outfit, aber den Ton, den sie von sich gibt und so, das ist total nicht so unterwürfig oder so, das ist, das quält ihm nicht. Ja. Ist auch nicht süß und, naja, dann nimmt er halt so einen Badeanzug raus. Irgend so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, sogar einen relativ normalen Bikini. Ja, ja, genau, relativ normalen, weil sie ja bald vorhaben, an den Strand zu gehen und dann, ja, komm, dann zieh doch sowas an. Und dann wird sie auf einmal ganz still und fängt an zu schreien. Und alle denken so, hä, was ist, was, die, Badeanzug ist jetzt ein Problem oder was? Und ich meine, da sieht man doch alles. Ja, wie, was sieht man doch alles? Ja, da sieht man den Bauchnabel, du Idiot. Und die andere Schwester so total, der Bauchnabel, ist das jetzt dein Problem? Das ist so, dass ich das so über ihre Schwester gar nicht wusste, dass sie so einen mega, äh, hier, hier, Quirk hat halt hier, ne. Ja, genau. Ja, der Bauchnabel geht natürlich gar nicht. Das ist für sie quasi so, als würde man wahrscheinlich sie nackt sehen. Ja, ja. Und, ähm, und daraufhin reagiert Turbo aber komplett anders, als man es erwarten würde. Weil anstatt irgendwie auch verdutzt zu sein, sagt er einfach nur, sie hat vollkommen recht. Ja, Anfänger interessieren sich nur für die Prüste und die Ärsche und das Ganze. Aber ich muss ganz klar sagen, dass es bei Mädchen nicht nur um diese zwei Punkte geht, sondern der Bauchnabel ist auch eine aufregende Zone. Deswegen, würdest du bitte diesen Bikini anziehen? Ich möchte deinen Bauchnabel sehen. So knallhart, er philosophiert darum. Und, äh, ja, natürlich, ähm, ja. Versucht er, das ihr anzudrehen. Sie will das natürlich nicht, sie weigert sich da komplett. Dann benutzt Tomoki so eine Art Magie, wieder seine Karte, diese magische Karte. Ähm, weil sie will ihre Rüstung wieder anziehen, ne? Genau, genau, sie will wieder ihre Rüstung da anziehen. Und dann hab ich erst, ich hab's erst gecheckt. Ich hab ein bisschen gebraucht, weil das ist von den Zeichnungen her ein bisschen komisch, fand ich. Ich hab nicht gecheckt, was da passiert ist. Und nur durch dieses eine Soundwort, durch das Flap, hab ich halt realisiert, er hat halt mit dieser magischen Karte wieder eine Sache gemacht. Er hat ihr komplettes Outfit in Lebewesen mit Flügeln verbandelt, sozusagen. Ja, wie die Höschenvögel, genau. Wie die Höschen. Und die sind dann quasi weggeflogen. Und sie ist dann schnell natürlich in die Umkleidekammer, weil... Und sie hat nur den Badeanzug, ja. Weil sie nichts anhat und hat aber nur den Badeanzug dabei. Und ja, jetzt steht sie vor dieser Problematik, dass das ihr einziges Outfit ist. Und aber man die Bauchnabel sieht, ne? Das ist ja für sie ziemlich heftig. Und Tomoki geht dann, so dumm wie er ist, ich weiß nicht, das frag ich mich halt auch so. Hat er, er hat doch gesehen, in welche Umkleidekabine sie gegangen ist, ne? Und trotzdem fängt er von links an, sich einmal komplett durchzuarbeiten. Ja, das war so mit Absicht. Natürlich, so ersucht sie, in Anführungsstrichen. Macht jede Umkleidekabine auf, ständig ist da ein anderes Mädel drin und wird belästigt, sozusagen, durch ihn. Und natürlich ist Mitski in dem einen. Und er trägt einen, ich sag mal, eine BH-Höschen-Kombination, die sehr erwachsen-anmutig ist. Sehr unglaubliche Reizwäsche, ja, genau. Genau. Schwarz wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Auch wenn im Manger natürlich auch schwarz-weiß ist. Schwarz oder eine sehr dunkle Farbe, also auf jeden Fall. Was sehr erwachsen ist. Ja, dunkles Rot vielleicht, genau. Ja, und daraufhin wird er erstmal natürlich, also sie, ne, findet es natürlich eher nicht so gut, ist beschämend. Er guckt erstmal so ins Leere und du denkst dann so, oh Gott, jetzt, jetzt kommt's. Aber er setzt, er setzt noch eins drauf und sagt, Nanu, das lässt sich ja ziemlich erwachsen aussehen. Oh, das war der falsche Satz. Das war der eindeutige. Daraufhin fliegt er einmal quer durch das ganze Unternehmen, so wie es sich gehört. Ja. Das ist immer wieder gut. Und, ähm, ja, sie hat ja so grob mitbekommen, was da Sache ist. Guckt nur die ältere Schwester da an. Und meint dann so, ich geh jetzt mit so einem kalten Blick und ich versetze ihm jetzt den Gnadenstoß. Und sie so, ah, okay, ja, ähm, und, ja, dann kommt Nymph, auch noch so voll unerwartet, so ein weirder Twist nach dem nächsten, ähm, kommt aus der umkleidenden Kabine oder aus der Wand raus, weil sie einst mit der Wand war. Und, äh, ja, dann fragt sie halt so, und habt ihr euch jetzt entschieden? Ja, und entschieden haben sie sich tatsächlich doch für das allererste Outfit, ne, das Tanktop, äh, Hotpants Outfit. Und dann meint Nymph sowas wie, aha, also habt ihr euch doch für das entschieden, für das erste, was Tomoki euch ausgesucht hat, so nach dem Motto. Ja, steht euch doch ganz gut, oder? Und daraufhin werden sie, also, sind sie halt irritiert, weil, naja, es stimmt ja, was sie gesagt haben letzten Endes, ne? Ähm, Tomoki hat das ja für sie ausgesucht und irgendwie scheint es ihnen gefallen zu haben, dass jemand für sie mal irgendwie was gekauft hat und ausgesucht hat. Das, ich denke mal, das spielt dann, äh, mit, weil ich denke, von Minos kann man sowas nicht erwarten. Und daraufhin werden sie natürlich wieder wütend, aber, ja, Nymph sagt dann, nö, ich werd nicht kämpfen, Tomoki hat gesagt, wir sollen aufhören. Und, äh, das wird dann auch verwechselt mit einem Befehl. Mhm. Woraufhin Nymph dann auch einfach sagt, ich hab gar kein Imprinting. Ja, weil sie ja sagt, du nimmst Befehle von dem an, von diesem Downer. Ja. Und sie sagt, nee, ich hab kein Imprinting, es sind keine Befehle, Tomoki macht keine Befehle. Und, äh, das verstehen die halt nicht. Dieses Konzept ist halt für die komplett wild. Ja, ja, genau. So wie damals eben halt, äh, als wir das erste Mal Nymph kennengelernt haben, so, ne? Ja. War ja bei ihr genauso. Ja, wo sie so, äh, wo sie so, äh, unbedingt wollte, dass er ihr Befehle gibt, genau. Ja. Ja. Und jetzt, selbst jetzt sieht sie es ja als was Positives in dem Aspekt, ne? Ja, dann wird, dann kommt Tomoki wieder, natürlich mit Träufbeulen und so weiter. Ähm, fragt dann so, und wisst ihr schon, wo ihr übernachtet, ne? Wenn nicht, dann pennt doch bei uns, bevor ihr irgendwo draußen rum, rum, äh, lungert oder so was. Ja, und dann, das macht die halt richtig fertig, dass der so nett ist, obwohl sie ja die Gegner sind und so weiter. Und dann sagt der, ey, wir wollen doch endlich jetzt kämpfen, du hast es doch versprochen. Und mein Tomoki, ja, dann macht es doch halt das nächste Mal, ne? Muss ja nicht heute sein, kann ja auch irgendwann anders sein, morgen oder so. Und, ja, daraufhin hauen sie erstmal ab. Ja, und, ja, verstehen die Welt nicht mehr, aber bei der einen merkst du schon, bei der älteren, dass sie irgendwie auf ihn reagiert. Ja, ja. Ja, also sie wird rot im Gesicht und sie versteht es einfach nicht. Ist wütend, aber gleichzeitig auch irgendwie steckt da noch ein bisschen mehr dahinter. Ja. Ja. Dann gibt es noch so eine kleine Mini-Zugabe, wo man, wo man, äh, die eine Schwester in diesem, äh, hier. Sukkumo. Sukkumo in dem Schwimm-, ähm, Schulschwimm-Anzug sieht und meint dann so, oh, darin kann man sich gut bewegen. Und die andere, die noch so was wie Schamgefühle hat, meint, nein, 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 das ziehst du nicht an. Ja, nein, nein, nein. Vor allem, sie macht ja dann noch so einen Highkick damit Oh, da kannst du dich ja echt gut dran bewegen Ja, okay Ja, dann sind wir jetzt beim Kapitel Gezeiten Die Harpien sind noch auf der Erde, aber sind jetzt da in der Natur draußen Wahrscheinlich vor der Stadt Und denken so ein bisschen nach, was da jetzt eigentlich abgelaufen ist Und sie wollen ja immer noch die Uranus Queen zerstören Denkt da so ein bisschen nach Aber man merkt, dass sie halt mehr über Tomoki nachdenkt Also die erste Schwester Und dann steht er da einfach da und glotzt Glotzt so hoch mit wieder seinem Strichgesicht Seine Strichaugen Ja, und er hat ja schon angedeutet, dass die ans Meer wollen Und dann lädt er sie halt ein Dass die mit zum Strand kommen Die erste natürlich so, auf keinen Fall Aber die zweite dann, oh ja, sofort Ja, gut, geht gleich mit Ja, Meer Meer, okay Umita Ja Ja, dann skippen wir und sind schon am Strand Das ist jetzt die Strand-Episode Mal wieder Die mal wieder Ich glaub, die haben sie nicht alle in den Anime gebracht Ich glaub, das wär der Anime mit den meisten Strand-Episoden, oder? Ja Man sieht dann noch so seltsam detaillierte Nebencharaktere Also man könnte meinen, das sind irgendwelche Hauptcharaktere Weil die halt so gezeichnet sind Ja, das muss ich halt aber auch sagen Das find ich bei Suminaski allgemein cool Aber ja Diese Nebencharaktere kriegen auch immer irgendwie ein Design Das ist ja auch immer so ein Punkt, den ich irgendwie Der ist unnötig, aber ich liebe ihn Das fand ich auch damals schon Da bin ich bis heute noch ein großer Fan von Diese ganzen Die auch in den Spielen oder so gar nicht vorkommen Sondern einfach nur für den Anime-kreierten Also ich glaub von Staffel 1 bis zu heutigen Staffeln Die meisten NPC-Charaktere in Pokémon Ja In den Anime Die haben immer ein eigenes Design Und die wirken nie wie Oder selten wie 0815-NPCs Also wenn die in diese Story dieser ein oder zwei Episoden Eingebaut werden Die haben immer eine besondere Haarfarbe Oder eine andere Auf jeden Fall nicht zu Standardbraun-Schwarz oder so Oder manche machen sich das ja richtig einfach Gut, gehört dann meistens Stil Aber wenn die dann nicht mal Gesichter haben oder so Das ist dann schon Ja gut, in einer Episode, wo die halbwegs relevant sind Dann haben die natürlich Gesichter Ja klar, muss ja Aber auch da gibt's es dann teilweise Ich hab ja so ein Buch So eine Art großes Lexikon Mit bisher allen Staffeln Und da siehst du immer wieder Wenn irgendwo eine Masse an Menschen steht Die haben alle Gesichter Und die sehen alle unterschiedlich aus Und die wiederholen sich nicht Das ist beeindruckend Das weiß ich nicht Bei so 13.000 Episoden Ja, ich mein jetzt Im selben Bild nicht wiederholen Im selben Bild, genau Ja, ja Und das ist unnötig wie Sau Das braucht kein Mensch Die Szene, die man da sieht Mit den Menschen Die geht vielleicht Weiß, weiß ich Ja, das ist dann Nach Prinzipien wahrscheinlich Ja Das find ich fantastisch Und Zubin Minaski macht das halt auch Ja Selbst bei den männlichen Charakteren Macht er das Ja Nur wenn die natürlich ganz im Hintergrund Irgendwo laufen Klar, dann sind die Details Gehen die dann verloren Aber Das interessiert dann auch keinen Ja Ja, das ist schon cool Das kann man schon mal lobend erwähnen Weil Das ist so quasi dieses Wie nennt man es Diese Fleißarbeit Weißt du So diese Du kriegst gute Gute Nudelstern extra Na ja Auf jeden Fall Wir sind da An dem schönen Strand Schönes Wetter Und Ja Die Harpjen sind mitgekommen Und wollen eigentlich kämpfen Aber nee Da ist jetzt nicht Die werden Sie werden halt Man könnte sagen Gewaltsam Ihre Ausrüstung Entwendet Aber auf jeden Fall Und kriegen dann die Die Badeanzüge da in die Hand Und ja Jetzt macht mal Ne Ja Kommen sie auch wieder Die zweite Schwester Ist eigentlich ganz zufrieden damit Sie freut sich Und die andere ist natürlich Errötet voller Scham Und hält sich ihren Bauchnabel Der Bauchnabel Das ist ja absolut katastrophal Reinste Pornografie Die da gemacht wird Ja ich find's halt lustig Weil Wie oft wird denn dieser Ich weiß gar nicht Ob man's fetisch bezeichnen soll Oder einfach dieser Attraktivitätspunkt des Bauchnabels Wie oft wird sowas thematisiert Der Bauchnabel ist so ein Ding Ähm Das ist man Es ist Es gibt wenige Jetzt würde ich behaupten Die komplett Als einzig Allein darauf fixiert sind Aber Wenn er nicht da ist Dann wäre es Mega falsch Ja Das zählt super seltsam aus Das würde Das Komplettbild vernichten Oh warte mal Wie 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 ist denn das bei Nicht in Der Mutter geborenen Kinder Ach du meinst du Reagenzglas Ja Also Jetzt in In Realität Oder in In Animo Ich mein In Realität Haben die dann Bauchnabel Theoretisch ja Weil Die Schafe Die sie ja In Reagenzglas Gezüchtet haben Die wurden ja in so einer Art Künstlichen Äh Uterus Gemacht Und der wurde ja Auch Auch mit einer Nabelschnur Äh Versehen Quasi Aha Okay Okay Also das Das Daran kann man es dann nicht erkennen Nee Nicht wirklich Ich wollte nur für die Zukunft sicher gehen Ab wann man Klone erkennen kann Ja das war ja damals immer Oh er hat keinen Bauchnabel Er ist der Fake Ja genau Okay gut Äh Ja gut Das müssen Sie es auch wissen Ja gut Ähm Auf jeden Fall Äh Die eine hat richtig Bock aufs Meer Ja die hat richtig Bock aufs Meer Genau Ähm Irgendwie bedankt sich Also ja das ist wieder Der Ist das wieder der Der Satsukitane Privatstrand Oder sowas Auf jeden Fall Äh Natürlich Bedankt er sich Bedankt Tomoki sich Erstmal bei ihr Bei Mikako ja Genau Und äh ja Dann Die Erste Schwester Die zweite Schwester Die planscht da dann erstmal Mit Tomoki rum Ist ganz zufrieden Er äh Grabsch dann da gerne mal Gegen die Brüste Ähm Ja Kriegt dann erstmal voll auf die Fresse Aber Komischerweise mit einem Lächeln Und da geht das Geplansche gleich wieder weiter Sie Sie ist halt irgendwie Was machst du denn da? Ohohoho Bad Ich 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 Sie hat so Ich finde sie ein bisschen komisch Vom Charakter her Weil auf der einen Seite Realisiert sie was Schamgefühl ist Ja Was die Outfits angeht Aber hier Ich glaube das ist Das ist wieder Das sind diese typischen Zwillinge Wo Wo einer Zu wenig Und einer zu viel von irgendwas Abgekriegt hat Und dann immer wieder im Wechsel Okay Ja okay Das damit Ja okay Das Das könnte Das sehe ich Ja okay Ja ja Aber sie ist halt eher so Ich sag mal eher so gelassen Ja genau Ach mein Gott Wenn der halt mal aus Versehen Ich mein Ist mir auch schon passiert Das ist passiert Wenn du mit irgendwelchen Mädels abhängst Und irgendwie Keine Ahnung Bisschen zu wild bist Dann Dann passiert sowas mal Oder wenn du irgendwie fällst So blöd klingt Dass sie jetzt nicht diese typischen Oh Ich bin gestolpert Und bin voll auf Das ist passiert eher Nee Die Welt Die ist kein Anime Aber es kann schon mal sein Dass man wenn man irgendwie Ich bin schon mal auf eine halt Zugerannt Mehr oder minder Und die ist auf Abrupt stehen geblieben Und ich dachte mir so Boah warum Warum bleibst du jetzt stehen War dann halt irgendwie Ja Und dann passiert sowas halt mal Dann berührst du das mal Aber die meisten Die Gut ich weiß Gut ich weiß das nicht Ich weiß das nicht mehr Wie es heutzutage so ist Ob man da gleich Die Polizeikarte Es kommt immer Ich denke immer Also bei normalen Menschen Kommt es immer drauf an Ist das jetzt ein Fremder Oder ist das jemand Den ich kenne Fertig aus Ja Aber die meisten realisieren auch Ob es aus Versehen passiert Oder Ja genau Geschnellt mit Absicht Oder so Ich meine das ist ja auch ein Unding Aber sowas gibt es halt Leider wahrscheinlich auch Welche die Welche die das zur Kunst gemacht haben Oh hopp Oh hoppla Ja genau Ja gibt es doch sogar YouTube Videos Die monetarisiert werden Und Leute solchen Tipps geben Wo du sie auch fragst So was zum Teufel Ja da muss man Da muss man aber auch schon Irgendwie echt Down bad sein Ne damit du Ich finde es ist nicht mal down bad Weil down bad finde ich immer noch Irgendwie was Also für mich Ja Als perverser Mensch Das ist immer noch was Positives In dem Klang Aber Fuck it Das ist so einfach Selbst ich mag das nicht Also wenn mir irgendjemand zu nahe kommt Oder ich einen Schritt greifen würde Oder sowas Ich hasse solchen I hate it Kontakt ja Aber das hatten wir schon mal ne Ja ja Es kann noch so attraktiv aussehen Das ist einfach so Ja das geht auch nicht Die Grenze ist erreicht Das ist ja Wir wollen ja nicht mit Opinion hier anfangen Aber ich finde Sexismus ist keine Einbahnstraße ne Das geht aus beiden Richtungen Ja Und es ist immer unangenehm Ja Es ist immer unangenehm Ich weiß noch so eine ältere Ehemalige Mitarbeiterin Ja kenne ich auch so Die hat immer gemeint Sie müsste Die müsste bei den Kollegen Nicht Kolleginnen Sondern nur bei den Kollegen Wenn sie so quasi Wenn du sitzt Und die musst du so drüber gucken Mhm Auf den Computer Dann hat sie immer Einen Busen So richtig schön Auf deine Schulter abgelegt Und ich bin immer wieder weg Und hab halt so Alter Das war super unangenehm Hatte ich auch Ich hatte Davon dass sie halt auch Nicht attraktiv war Aber fernab davon Selbst wenn sie attraktiv gewesen wäre Wäre das in dem Moment einfach so Alter Wir sind jetzt gerade auf der Arbeit Das ist weird Hör auf damit Ich hatte mal eine Kollegin Darauf hingewiesen Dann kam noch dieses typische Wie bist du schwul oder was Dann sagte ich Ja jetzt ja Die hat auch nie wieder Mit mir geredet Das war Ich glaube Die war danach Kaputt Ja so jemand Willst du auch gar nicht Also Ken groß Das ist furchtbar Also mein Gott End vom Lied ist Leute benehmt euch Das hier ist nur ein Manga Das ist Fiktion Nichts Schlimmes Ja Aber ja scheinbar Ist das für sie dann so Ach ja passiert mal Kriegt aber trotzdem Eine Das ist ja immer auch das Schöne Finde ich beim Manga Immer wenn sowas passiert Selbst Man muss sagen Selbst im Ero-Manga Hentai und so weiter Wenn da irgendjemand Irgendwie Jemand hypnotisiert Und für sich nutzt Für seine Liebeleien oder sowas Meistens werden die Am Ende bestraft Ja das stimmt Die sterben dann Oder sonst was Na wenn es Ja das ist ja gut Das ist ja auch so tief Im Buddhismus verankert Dieser Dieses Karma Karma genau Und selbst Selbst in der Comedy-Variante Ist es immer so Ja du darfst mal Das ist in Ordnung Aber du wirst jetzt Trotzdem einmal Durch die Bude Gescheuert Ja genau Und danach wird Fröhlich weiter geplanscht Genau Weil mehr Ja genau Die zweite Schwester Die ist natürlich Hauptsächlich damit beschäftigt Ihren Bauchnabel Vor Blicken zu schützen Ähm Und es ist halt auch Sehr Sehr Äh Hier Peinlich berührt Alles in der ganzen Situation Und Da Dann entwickelt sich ja jetzt schon Quasi so ein Mysterium Warum sie ihn so versteckt Und das Das ist ja dieser Dieser Streisand-Effekt Ne Wenn du Wenn du etwas Äh So krass versteckst Dann wollen die Leute es Umso mehr sehen Ja Ja Und ja Jetzt ist dann halt Mission Befreie den Bauchnabel Angelaufen Dann wird sie Wird sie mit hier Mit Schmetterbällen Beschmissen Und damit sie ja bloß Die Die Hände da wegnimmt Aber die Wird sie dann schön Gekonnt mit den Beinen ab Dann wird sie mit Mit Krabben maltretiert Die in alle Alle Ritzen kriechen Die Krabben kennen wir ja schon Es sind allgemein Die klassischen Genau 2000er Anime Krabben War ja auch mal Die hatten ja auch sogar Einen eigenen Einen Mini-Arc Dass sie mit Krabbenvater und Sohn Und so Man muss Man muss auch Immer wieder erwähnen Diese Diese übertriebenen Action-Comedy-Szenen Von Zuminas Die sind einfach so geil Dieser Moment Wo Hier Hab Bist du wieder weg? Also wir waren ja bei Bei Krabben Ne Ja ne Ich hab gerade eben noch gemeint Diese Action-Szenen Diese übertriebenen Die hatten gerade wieder Einen technischen Fehler Ähm Die finde ich mega geil Weil der Moment Wo hier Habje Die ältere Habje Dann mit dem Fuß Quasi diesen Ball Zerschmettert Damit reicht es noch nicht Sie zerschmettert den Ball So hart Dass der quasi In sich schon explodiert Und die Ja In seine Einzelteile Atomisiert Und diese Fetzen Dann komplett In die Gesichter von Tomoki Und der Anderen Habje Schwester So reingeballert werden Ich finde es so geil Ja Das ist so gut Es ist einfach Das ist genau mein Humor Einfach Hammer Ja Ja Der Angriff der Krabben Ja Der wird Äh Auch noch wieder abgewehrt Äh Indem die beiden Auch die Beide gleichzeitig Weggefetzt werden Ja Und dann versuchen sie es halt Äh Auf die Auf die ganz krasse Art Einfach Äh Bloß raus Äh Nahkampf Und Kriegen beide Voll in die Augen Gepiekst Mit den Fingern des Todes Mit den Fingern des Todes Aber so richtig Mit diesem Wahrscheinlich noch Dieses Geräusch Ja Man sieht ja auch Oben rechts Und unten links In den Panels Wo die beiden Diese zwei Finger Jeweils von Jeder Seite In die Augen gerammt bekommen Siehst du noch So einen Blutspritzer Ja Ja genau Also Aua Und dann holt sie Zum Endkick aus Und fetzt die beiden Erstmal übers Meer Wahrscheinlich Auf die andere Seite Ja Und äh Ja Es hat nichts gebracht Der Bauchnabel ist immer noch Versteckt Und sie sagt noch Wenn sie Wenn die jetzt nicht aufhören Dann reißt sie dem Wirklich die Augen raus Ja Ja Okay Die sehen dann ein Dass sie es lieber Lieber sein lassen Ja Genau Sind aber sehr betrübt dabei Und gehen so betröbend weg Ja 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 Sie ist dann Sie ist dann selber im Wasser Und da fühlt sie sich dann Schon ein bisschen sicherer Weil sie ja Über der Hüfte Wasser hat Ähm Ja Da kommt natürlich Die Welle des Todes Die Etchi-Welle Die Etchi-Welle Ähm Schwemmt dann etwas weg Ja Und dann sieht sie dann nur Ihr Oberteil Schwimmen Jetzt Lust gefunden Wenn der Bauchnabel weg wäre Weißt du Ja Ja genau Der ist weggeschwemmt Ja Ja dann hätte sie ja Keine Probleme mehr Ja gut Das ist auch wahr Vielleicht Ja Ja der Klassiker Ja ja auch Wenn Wenn Genau Wenn die Bademode Gefühlt einfach Nicht an ihrem Platz Bleibt Da gibt es Da gibt es sogar 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 Äh Noch einen Tag für War das nicht War Wattrope Malfunction Ja genau Genau Malfunction Genau Malfunction Wattrope Malfunction Wattrope Ja genau Gibt es sogar In Daylor Life Extreme Beach Volleyball Äh gibt es Ähm Bei den Outfits Gibt es normale Outfits Und es gibt diese Malfunction Dass sobald Die Charaktere Mit Wasser in Berührung kommen Wenn sie zum Beispiel In einem Minigame Ins Wasser fallen Oder sowas Dann löst sich der So teilweise auf Also nicht auflösen In dem Sinne Sondern Dann quasi Der eine Teil Pitch Pitch Splat Der eine Teil Fällt runter So ein bisschen So leicht Und wird dann Immer gehoben Und das sind So die Details Daran merkst du Wer an dem Werk dran war Ähm Tomoki riecht das Natürlich sofort Irgendwie Sein Spider-Sense Der pickt das Sofort auf Und dann Äh hier Was ist irgendwas Ist irgendwas los Äh hier Rettet das Schwimmt er gleich Sofort zu ihr hin Weil ja irgendwas Sein könnte Ähm Ja sie will ihm Das natürlich Nicht sagen Weil das wird er Ja schamlos Ausnutzen Und dann Rufen ihn die Anderen noch her Weil es Was Schönes zu essen Gibt Und dann Ja Haut Tomoki Auch wieder ab Sie sagt ihm ja Selber Da ist nix Hier Ich geh ruhig Ich spiel noch Ein bisschen Allein Ja Und er Er fragt wirklich Nochmal so So ganz Ganz ernst Ob wirklich Ist denn wirklich Alles in Ordnung Und das Das berührt sie Irgendwie Aber ja klar Sie sagt dann Natürlich ja Ist alles in Ordnung Naja weil Weil Der Punkt ist glaube ich Sein Sinn Hat glaube ich Natürlich eher Was mit dem Edgy mäßigen zu tun Dass er da Irgendwas spürt Aber dann Realisiert er Dass irgendwie Bei ihr was nicht stimmt Und dann fragt er eben Und sie sagt so Alles okay Und so weiter Und dann Geht sie da halt ab Und dann Lässt ihn aber Irgendwas noch Keine Ruhe Dann dreht er sich Nochmal um Und fragt Nochmal Ernsthaft Ist wirklich Ja genau Das ist so Dieses eine Mir geht's Ich Mach mir wirklich Sorgen um dich Geht's dir wirklich Ja genau Wenn dann Ja kommt Dann so Alles klar Alles klar Weil manchmal Das ist so Weile schon Nacht. Sie sitzt da, ist ja immer noch im Wasser. Ja, denkt so ein bisschen nach über Tomoki und alles. Ich glaube, dass er sich ja wirklich hier Gedanken gemacht hat. Und ja, dann rutscht sie aus und dann geht sie auf einmal unter. Und wir wissen ja, Angeloiden können ja nicht schwimmen. Die gehen unter wie ein Stein teilweise. Genau, weil diese Federn oder diese Flügel saugen sich voll. Enorm voll, dass die halt das, was weiß ich, was haben wir gelernt? Fünf-, Sechsfache ihres Gewichts bekommen, weil sie sind halt insane. Und ja. Ja, und das Mehrwert halt immer ungestümer. Und sie kann sich da gar nicht mehr über Wasser halten und geht halt unter. Und die haben jetzt nicht, die beiden Modelle, die haben jetzt nicht diese Mega-Sauerstoffvorräte, wie jetzt die Icarus, dass sie da jetzt tagelang unter Wasser bleiben könnte. Also für sie ist das jetzt echt eine mega gefährliche Situation. Im Inneren schreit sie da noch nach ihrem Meister. Also den tatsächlichen. Aber wer denn tatsächlich kommt, das sind, ist die Truppe. Sukata und Tomoki und Mitzki. Warte, warte, warte. Mitzki, genau. Ja, und holen sie da raus. Auch so ein schönes Bild. In einem Rettungsboot. Liebe es. Genau. Das ist einfach so. Weißt du, dass nicht nur Tomoki kommt oder so, sondern dass alle drei... Genau, dass die alle für sie da reinspringen. Instant. Ohne drüber nachzudenken. Mitzki hat auch mitgedacht und gibt ihr gleich ein Handtuch, bevor Tomoki irgendwas sehen kann. Ja. Die Schwester von der Habi, die war sichtlich aufgelöst. Sie hatte sich richtig Sorgen gemacht. Ja, zum Schwestern. Ja, genau. Ja, und das ist so allgemein so eine niedliche Szene. Man hat irgendwie so das Gefühl, dass sie jetzt gerade erstmal realisiert, dass sie das gar nicht so wirklich kennt, dass sich Leute überhaupt Sorgen machen. die wollen sie, ne? Ich denke mal, bei der Schwester schon, dass das jetzt nicht so überraschend für sie ist, aber schon so, dass andere Menschen, eine andere Person halt, weil von Menschen haben sie ja wahrscheinlich eh noch nie was gehalten vorher. Beziehungsweise hat wahrscheinlich nicht wirklich welche gekannt, ne? Ja, das kommt auch dazu, genau. Die sind ja, wenn dann da in Synapse sind, die ja eh alle am Pennen, ne? Ja. 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 Und das bringt ihre Gefühle halt so ein bisschen zum Überkochen. Sie rastet halt so richtig aus. Man sieht so diesen Flammeneffekt um sie rum und sie fragt halt so richtig laut, warum? Und, äh, warum, warum die so nett zu ihren Feinden sind, ne? Warum hast du gerettet vor allem, ne? Also, genau. Warum rettet man, rettet man seine Feinde, die man, die man vernichten muss? Das ist, das geht bei ihr einfach nicht rein. Und, äh, kommt Icarus, ganz, ganz cool, wie sie ist. Und das ist halt auch so eine, so eine Szene, wo sie halt sagt, der, der Meister hat gar keine Feinde. Und dann hier, was, wie, hä? Alle sind doch gegen ihn, hier, hm? Und dann, ja, so ein Mensch ist der Meister mit so einer sehr schönen Doppelseite, mit dem Mond im Hintergrund. Und man sieht oben Icarus, unten die erste Habje. Ja. Und, äh, sie hat, weiß ich jetzt nicht, ob sie jetzt Tränen im Gesicht hat, aber auf jeden Fall sind die Augen ein bisschen feucht geworden dabei. Und, ja, und so ein Ort ist die Erde. Und das, das ist halt ihr ganzes Weltbild, was da gerade in, in Frage gestellt wird. Und da kommen ihr dann auch schon die Tränen. Und das ist immer wieder dieses, dieses, das, das Angeloiden werden ja immer so, so hingestellt als so, so, so Werkzeuge, äh, Maschinen. Und, äh, und die, die kennen das wahrscheinlich selber gar nicht, diese, diese, diese Gefühle überhaupt, die brechen da gerade aus. Ja, die, diese, diese Grundfrage, die man ja immer noch nicht beantwortet bekommen hat, ist, was denn Angeloiden eigentlich jetzt nun mal sind? Ja, genau. Also, die Vermutung liegt ja immer noch nahe, dass es einfach umgebaute, ähm, Engel sind. Also, dass die vorher, ja, so verbesserte, ja, ja, also Cyborgs. Kybernetisch veränderte, ja, genau. Cyborg-Engel sozusagen. Also, dass die aber vorher mal, also menschlicher oder engelhafter eben halt waren, mit Gefühlen, mit Meinungen, mit Emotionen eben halt, und dass das quasi, wenn die umgebaut werden, komplett runtergeschraubt wird, aber halt nicht verschwindet, weil dieser Teil immer noch existiert. Ja. Ich denke, die, die kriegen so einen Limiter rein, weißt du, wo die halt, die wegen diesen Imprinting dann dem Meister gehorchen müssen. Ja, genau, was so vieles überschreibt, ja. Weil du da, du willst ja keinen Sklaven haben, der selbst denken kann, ne? Ne, bloß nicht. Oder intelligent ist und sich selber Dinge aneignet und, äh, eigene Emotionen freilässt, das willst du ja gar nicht, das soll ja steril... Und realisiert, wenn sie was Falsches machen oder so. Oder realisieren, dass das was Falsches ist, diese Sklavenmeister- Situation, so, ne? Ja. Und das ist dann auch immer so was, wo ich dann immer so das Gefühl habe, da kommt dann diese Emotion raus, die vorher in dem Engel drinsteckte, sozusagen. Ne? Mhm. Dass es halt nicht alles runtergespielt werden kann, egal wie viel Limiter so ein Angeloid dann letzten Endes in sich drin hat. Aber, wie gesagt, auch hier sind er halt nur Vermutungen. Man weiß es ja nicht wirklich. Aber man sieht auf jeden Fall, dass diese vermeintlichen Roboter Emotionen haben und auch weinen können. Ja, genau. Das ist eine seltsame Funktion, wenn ich einen Roboter bauen würde und sei, oder, ja, sowas, wo nur aus Blech bestehen würde, warum sollte ich dem beibringen zu weinen? Ja, ja, genau. Und das macht ja dieses Ganze, äh, wie wieder, wie der hier Synapse-Chef da mit hier, mit denen umgeht, weil halt einfach, der sieht in denen, äh, nichts anderes als ein Hammer und ein Schraubenzieher, äh, wenn überhaupt. Ja, also vor allem auch so eine Sub-Spezies halt, ne? Also, ja, genau. Er sieht vielleicht diese Angeloiden ein bisschen höher als die Menschen, aber wahrscheinlich nicht viel mehr, ne? Weil seine Gattung ist halt die höchste, wahrscheinlich ist er noch der krasseste in seinen Augen, so narzisstisch wie der veranlagt ist. Und, und... Ja, vielleicht ist er ja tatsächlich auch noch ein, 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 äh, geborener Engel quasi und kein Erschaffender. Uh, du meinst so ein OG, OG-Engel. Ja, ein OG-Engel. Ja, 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 das ist, das, das könnte nochmal eine gute Theorie sein, weil das natürlich auch immer gern thematisiert wird, so nach dem Motto, ähm, ich hab das, das Adelsblut. Ja, genau. Bei Vampiren ist das auch immer ein großes Thema, so, ich bin der OG-Vampir oder einer der OG-Familien. Ähm, was du New-Age-Vampir dazu sagen hast, der gerade mal 300, 400 Jahre lebt, äh, ja, fick dich doch mal, ne? Hast dich der Hierarchie unterzuordnen, so ungefähr, ne? Fühlt sich das an. Ja, das stimmt schon, das ist eine gute, eine gute, gute Idee. Könnte, könnte was dran sein. Aber die Szenerie wird natürlich unterbrochen, ne? Darf ja nicht so lange. Ja, genau, also nach dem, nach dem ganzen Emotionen, äh, klingelt bei Sukada das Telefon, ja, es wird ein bisschen, ja, ja, alles klar. Ja, es stellt sich heraus, dass, äh, Mikako, äh, schon abgedampft ist. Die hatte was vor. Und, äh, ja, der Tonke, ja, gut, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? So wichtig war sie dann auch nicht. Man kann ja auch noch ohne, ohne sie Spaß haben. Aber ja, sie hatte ja gesagt, sie bezahlt alles, aber jetzt ist sie nicht mehr da. Und die Rechnung muss noch beglichen werden. Und da steht dann halt, ist es der Chef oder die Chefin auf jeden Fall, die Chefin, genau, äh, von dem ganzen, äh, Restaurant- und Strandangelegenheiten da. Ja, und ja, jetzt geht's los, ähm, jetzt dürfen die das schön abarbeiten. Jetzt wird gearbeitet. Ja. Nichts mehr Urlaub. Das ist... Kein Spaß mehr. Das finde ich halt super interessant, dieses Ende, weil das wirkt auch so ein bisschen, als wäre es inszeniert. Ja, genau. Weißt du, als würde man das deshalb so machen, damit die, wie so ein Weg eingeleitet wird, der dann bestimmte Reaktionen, äh, ist. Dadurch, dass die jetzt alle gemeinsam dort arbeiten müssen, ja, müssen die alle gemeinsam jetzt was tun. Ansonsten wären die ja raus. Ja, sie sind jetzt dazu gezwungen und, äh, ja. Und das Thema Kämpfen ist schon mal wieder nach hinten gerutscht. Genau. Ja, es ist schon mal perfekt. Also, und interessanterweise, wir hatten ja auch mal diese, diese Idee oder diese Vermutung, dass Mikako irgendwie so eine Art Admin-mäßig ist irgendwie so. Ja, sie ist so ein, so ein, so ein, so ein, so, wie bei Matrix, die Hacker da, ne? Dass die, die sich halt bewusst sind über die ganze Scheiße und darauf einwirken, aber jetzt nicht so die Bosse sind, äh, dass sie da über alles bestimmen können, ne? Genau. In dem Sinne. Genau, so, so jemand Bewusstes innerhalb des Systems. Äh, quasi, quasi so eine Art, äh, wenn du das auf ein Online-Game beziehen würdest, so ein GM. Ja, genau, genau, so ein bisschen so. Aber jemand, der die Wege leiten kann, aber halt nicht das ganze Spiel kontrolliert oder so, ne? Ja, genau. Ein Moderator. Ein Moderator ist ein guter, guter Begriff dafür auch, ja. Ich will noch eine Sache zu dem Kapitel sagen, bevor wir zum nächsten gehen, weil ich find das nämlich, ich hab Gänsehaut gekriegt, weil ich vielleicht auch wieder zu viel reininterpretiere, aber das ist natürlich, der Spaß gehört da natürlich dazu, aber die Art, wie es inszeniert wurde und die Art, wie es gesagt wurde, stört mich enorm, weil sie sagt nämlich, als diese Begründung kommt, warum, äh, ne, warum, äh, rettet dein Meister uns, ob wir Feinde sind und so weiter, dann meinst du ja, der Meister hat. Keine Feinde. Der Meister, der ist so ein Mensch, so ein Mensch ist der Meister. Und da denkst du erst mal, okay, das ist eine legitime Aussage, das stimmt ja. Aber dann kommt der Satz, so ein Ort ist die Erde. Und wenn du das in dem Kontext siehst, also quasi ein, der Meister sowie der Ort, der Ort Erde hat keine Feinde. Okay, ja. Hm, stimmt. Das wäre ja irgendwie seltsam. Also im Sinne von, was uns ja auffällt, ist irgendwie, gefühlt, existiert ja eigentlich nur der, der Ort, so Rami. Wir haben bisher noch nie wirklich was außerhalb mitbekommen, zwar über Fernsehen oder so, aber wir haben noch nie ein Stück von einer anderen Welt gesehen oder sowas. Das ist schon seltsam irgendwie. Zwar ist Icarus schon einmal rund um die Erde geflogen in einem Kapitel, aber das hat nichts zu heißen. Wir haben trotzdem nichts streng genommen gesehen. Das ist zwar ein Erdball, aber wer sagt uns nicht, dass nur Sorami existiert auf diesem Erdball quasi, so gesehen, ne? Das ist nur mal als Beispiel gesetzt. Aber, oder beziehungsweise neue Orte, wie zum Beispiel diese Inseln und so, kreiert werden können. Ne? Und diese komische Pappe-Insel da, weißt du, wo alle so getan haben, als wie, ähm, also irgendwie alles so eine Art Hollywood-Set war. Weißt du noch dieses Erdball? Ja, ja, genau, ja. Aber alles total realistisch und wie eine echte Insel mit echtem Meer und so weiter aussah, das war auch weird, ne? So, das, und dann am Ende so, ja, es war alles nur ein Set. Und du denkst dann so, wie, nur ein Set, was muss das, was ist das für ein, was ist das für ein krankes Set, so? Und, und wenn sie dann herkommt und sagt, so ein Ort ist die Erde, ein, ein, ein Ort ohne Feinde, mit, Dann fühlt sich das an, als wäre diese Erde erschaffen worden für Tomoki, für seine Bedürfnisse, für seine Wünsche. Und dadurch, dass er ja kein, er will ja kein, der einzige Punkt, der in seinem Leben diese Variable kreuzt, die er gerne hätte, dieses harmlose Leben, dieses friedliche Leben, was er ja möchte. Er möchte ja, dass die Erde für ihn friedlich ist, dass er immer sein chilliges Leben leben kann, wie im ersten Kapitel. Der einzige Faktor, der das Ganze verhindert, sind diese Angeloiden, diese Wesen von außerhalb. So wie, so wie ein Virus, fast schon. Aber innerhalb der Welt, der Stadt, kommt es mal zu, kam es erst dann zu Problematiken oder zu Reibungen, auch innerhalb dieser Leute und Menschen, durch die Angeloiden. Seit Icarus auf der Erde ist, und die anderen halt auch, ist da halt Tumult. Aber vorher hat man gesagt bekommen, dass Tomoki ein ganz normales Leben führt, ohne große Umschweife, kann man im ersten Kapitel lesen. Der hat ein ganz stinknormales Leben geführt, was total chillig war. Und das suggeriert eben halt auch, dass der keine Konfrontationen oder Probleme in der Hinsicht hatte. Ja. Und das ist irgendwie, und dann kommt dieser Satz, so ein Ort ist die Erde, in Kombination mit Tomoki, da hab ich, da würde ich irgendwie wieder stutzig. Das wirkt mir wieder ein bisschen zu viel, ne? Also, das ist wieder so eine Information. Icarus sagt das ja auch komplett wissens, also bewusst. Mhm. Sie sagt das Spruch nicht einfach so aus Emotionen heraus, sondern sie spricht das wie ein Fakt aus. Ja, genau. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie... Und sie sagt das auch so privat, ne? Die anderen kriegen das auch gar nicht mit, wenn du genau hinguckst. Ne, genau, genau. Das ist ja... Sie erzählt eigentlich etwas, was sie schon weiß in dem Sinne. Was eigentlich so passt schon so im Sinne von, das weiß hier jeder, so in dem Sinne. Das ist halt auch die Frage, wissen wir es bisher? Also, wer so ein bisschen in die Richtung neigt? Also, ich glaube, wir wissen von der... Wir wissen es von hier... Wie hieß sie nochmal? Muss ich den Namen nochmal suchen? Von Yuri wissen wir es, glaube ich. Dass sie da ein bisschen mehr weiß. Ja, ja. Und Mikako weiß auf jeden Fall ein bisschen mehr, als sie tut. Ähm. Sugata ist auf der Suche nach diesem Wissen. Genau, Sugata ist auf der Suche nach dem Wissen, hat aber auch eine Info bekommen, die wir als Leser noch nicht wissen. Genau. Der weiß auch schon mehr. Genau, der weiß auch schon ein bisschen mehr. Icarus weiß es komplett. Und weigert sich aber diese... Und Nymph auch. Und weigert sich aber diese Info an Tomoki zu geben. Und Astraea ist dumm. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist auch so, wenn... Das ist so ein Wissen, das ist... Gefährlich, wenn man es weiß. Dann würdest du hier durch Null teilen oder so. Dann passiert irgendwas... Nicht Gutes. Was überhaupt nicht sein darf. Dann erwachst du wahrscheinlich. Was vielleicht sogar diesen Frieden stört. Wenn das nicht wieder... Das ist wieder diese Matrix-Analogie. Wie sie die Leute aus der Matrix rausziehen. Die ziehen sie ja raus, indem sie eine Situation erzeugen, die so unrealistisch und unweltlich ist, dass es die aus diesem Programm zieht. Das ist quasi, dass das System abstürzt und rebootet und dich dann den Störfaktor rausschmeißt. Ich musste auch immer bei dieser Situation denken, dass Tomoki irgendwie alle seine Feinde irgendwie dann zu Freunden macht mit seiner Art. Erinnert mich auch ein bisschen an One Piece mit Monkey D. Rufi. Mit Rufi, weil der eben auch diese Fähigkeit hat, quasi irgendwie... Der hat schon gegen zig fiese Arschlöcher gekämpft. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte, wurden die irgendwie auf eine weirde Art und Weise dann doch zu Verbündeten. So im Nachhinein. Vielleicht jetzt nicht so welche, die sagen, oh, ich sehe den jetzt als meinen Käpt'n an oder so. Oder ich supporte den mit meinem Herz. Aber irgendwie sind die auch nicht so komplett gegen ihn mehr oder so. Und diese komische, weirde Art, diese Aura, die das irgendwie bewirkt, die hat auch Tomoki so ein Stück weit. Ja, so ein Typ, der sich richtig anstrengen müsste, um ihn zu hassen. Ja, oder ist es halt bewusst so, dass es wie so eine Art Funktion ist, die diese, die seine Welt quasi ausmacht. Weil er eben diesen Faktor von Ärger, Stress und Gewalt nicht haben möchte. Ja, und das ist dann irgendwie jetzt auch durch die, durch sowas wie Icarus, die ja noch ein zusätzlicher Faktor ist, der quasi diese Sachen, die von außerhalb wirken, auch versuchen in den Frieden so zu bringen. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Und vorhin, um es noch kurz abzuhaken, fand ich das nämlich auch interessant, in dem ersten Kapitel, wo sie da so in dem Modelladen sind, Nymph wirkt die ganze Zeit so ein bisschen so, auch so faktisch irgendwie, ne? Ja, also so nach dem Motto, so, ja, habt ihr ja doch das ausgesucht, was er euch vorgeschlagen hat, oder so, oder ja, ich hab euch die ganze Zeit geobachtet. Ja, genau wie geplant. Ja, irgendwie, das ist schon weird so, ne? Bei ihr ist auch so emotionsmäßig, das wirkt da alles so ein bisschen lasch, ne? So ein bisschen so, selbstverständlich fast schon. Und Kalkül. Also, bei ihr bin ich mir auch nah unsicher, inwiefern sie weiß, aber dadurch, dass sie halt so die komplette Analytikerin ist von allen, die hat ja diese Fähigkeit, so Analysen und so zu machen. Ich glaube, die weiß es definitiv auch. Gab es da nicht sogar noch eine Stelle mit Sugata? War das nicht sie? Ja, in dem Zelt, stimmt. Gell, im Zelt, wo sie dann so meinte, keine Sorge, du bist so ganz trocken und faktisch, keine Sorge, du bist echt. Ja, genau. Du denkst dann so, wie, du bist echt. What the fuck? Was bedeutet, du bist echt? Ja. Ja. Nur gut, das ist das Schöne an dem Anger. Ich hoffe wirklich, dass wir halbwegs richtig liegen oder dass es in so eine Richtung geht. Weißt du, nachher ist es voll so, böh. Dann ist es hier die Attack on Titan Theorie. Ohne Scheiß, ich finde die, ich finde die, ich finde meine ja gut, aber ich finde, so wie es passiert ist, geiler. Weil es einfach mehr wagt, als ich. Meinst du es so ein bisschen so Super Mario Brothers 2 Credits? Ach, Mario hat das alles nur geträumt? Ja, na dann. Ist ja alles nicht echt. Ja, aber die Zugabe des Minicomics am Ende ist auch noch ganz geil, wo Dimph diesen Bikini-Oberteil dann sieht, wie es an Land spült. Dann nimmt sie das Ding so, tut es so vor sich auf die Brust legen und realisiert dann, oh, da ist ein bisschen Abstand, da fehlt ein bisschen was. Und sie guckt dann nur drauf und wird dann auf einmal voll wütend. Sie fühlt sich irgendwie beleidigt von diesem Minicom-Oberteil. Das ist so gut. Oh Gott. So, Kapitel 64, Zirkulation. Ja. Wir beginnen mit der Rückblende. Der Rückblende sozusagen. Was letztes Mal geschah. Was letztes Mal geschah. Und dann gibt es einen Cut. Wir sehen die ältere Harpien-Schwester, die dann irgendwie über Tomoki wacht und versucht ihn aufzuwecken. Er wird dann wach und realisiert dann auf einmal, boah, fuck, ist es hier heiß. Und sie sind auf einmal mitten in der Wüste. Alles schmilzt. Irgendwo so ein totes Kamelkadaver oder Kuhkadaver oder irgendwas. Kamel, wahrscheinlich. Liegt irgendwie vorne im Bildschirm rum. Ja, und er fragt sich dann so, Meer? Wo ist es Meer? Das ist eher ein Meer aus Sand. Aber sind wir mitten in der Wüste? Und so, ja, das ist ein Fakt. Und dann sehen wir den Cut natürlich. Wie sind wir jetzt in die Wüste gekommen, die zwei? Grund ist simpel. Die zwei wurden natürlich versklavt. Dürfen jetzt alle der alten Dame in der Strandsport-Hütte Seehund, wunderschöner Name, dürfen die natürlich jetzt hier sauber machen und kochen und so weiter und bedienen. Ja, und alle sind so ein bisschen angepisst oder werden durch die Ecke gehetzt. Und aber die Jüngere von den Harpien-Schwestern, die sagt, ach ja, ist doch eigentlich ganz spaßig, oder? Ich meine, das finde ich jetzt nicht so stressig, das ist doch cool, weil wir können, ja, sowas können wir in der Synapse nicht erleben, ne? So diese Sachen, die die Menschen machen, sowas wie ein Meer oder so, das haben die alles gar nicht. Weshalb die wahrscheinlich überwiegend auch diesen Dive-Modus machen, weil die das da oben einfach gar nicht haben. Sowas wie Meer, Spaß, Schule, das müssen die sich alles erträumen. Ja, ich glaube, das ist so diese Leute, die da am Träumen sind, das sind wahrscheinlich so wie Leute, die hier GTA spielen und sich an die Verkehrsregeln halten. Nur um irgendwas Normales zu machen. Ja, genau, so ein bisschen, genau. Ja, und gleichzeitig hat das auch ein bisschen was, man hat ja bei der einen gesehen, die dann so meinte, was, was, ich bin wach, ich will wieder schlafen, ich will wieder, ich will nicht. Ja, genau. Das ist auch wie so eine Droge, ne, weil, Unterhaltungsdroge. Ja, so ein, 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 oder halt, das gut, ich glaube, das kennt jeder, wenn du einen ultraschönen Traum hattest, keine Ahnung, du warst reich oder hattest irgendwas, was du immer haben wolltest, dann rast du auf und du musst erst mal fünf, fünf oder zehn Minuten, musst du erst mal verarbeiten, dass die Scheiße gar nicht real ist. Ja. Also ich hatte das mal vor kurzem erst, da habe ich geträumt, dass ich Urlaub hatte. Oh ja, das kenne ich. Oh, das kenne ich. Was sagt das über einen aus, ne? Du hast, du hast denn, du hast denn wirklich im Kopf noch, ach, ich kann, ich muss doch eigentlich gar nicht, und dann, warum habe ich einen Wecker gestellt und dann auch? Ach nee. Ach ja, stimmt, ja, ich habe gar keinen Urlaub dieses Jahr mehr. So ungefähr, ja. Ja, kenne ich, kenne ich. Andere würden jetzt natürlich sagen, Sextraum, das ist natürlich auch valide. Ja, da ist der Urlaubsding, das ist wesentlich niederschmetternde. Ich weiß nicht, das ist schon, wenn du schon länger nicht mehr in einer Beziehung warst und du träumst davon und hast eigentlich eine gute Zeit, meistens haben die meistens keine Gesichter, aber es ist in dem Fall dann auch wirklich, also innerhalb des Traums ist mir das egal, meistens, die wenigsten Leute haben Gesichter in meinen Träumen aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich kannst du dich nur nicht dran erinnern. Ja, das kann auch sein, man weiß ja auch immer so. Und dann hat man echt eine gute Zeit und es ist voll süß und alles ist toll und liebenswürdig und so weiter und wachst dann auf und denkst dir dann so, ach komm, ich würde eigentlich schon nochmal gerne, ich versuch's nochmal. Tatsächlich, manchmal klappt das, by the way, kleiner Pro-Tipp, wenn ihr die Zeit habt, legt euch instant nochmal hin, manchmal träumt ihr den Traum nochmal weiter. Manchmal ist es aber auch so, dass man, ja, scheiß träumt, sozusagen. Du warst kurz weg, ich weiß. Ja, ja, ja. Ich hab nur einen kleinen Pro-Tipp gegeben, dass man Träume weiter träumen kann, wenn man danach nochmal instant weiterschläft. Kommt aber drauf an. Es kann aber auch sein, dass man übel den Mist träumt, so von wegen man wird umgebracht und so, oder ganz schlimme Sachen, das kenne ich natürlich auch. Also es ist so ein No-Risk-No-Reward, würde ich sagen. Ja, genau. Aber ja, auf jeden Fall. Ich tauch nochmal ab, ab ins School-Days. Ach, shit. Ach, scheiße. School-Days-Ending. Aus der Sicht des Kopfes. Ja, genau. Großartig. Ja, wie gesagt, die kleine Schwester versucht der großen Schwester so ein bisschen das Ganze schmackhaft zu machen und meint dann so, hey, ja, das ist so, ne, das ist doch alles ganz cool und sie sagt ihrer kleinen Schwester aber, ey, die ist schon bewusst, ne, und die nochmal vor Augen halten, dass wenn wir gegen die Uranus-Queen kämpfen, dass wir zerstört werden. Das ist ein Fakt. Wir werden nicht gewinnen, so nach dem Motto. Und meint dann so, was ist daran so toll? Also was freust du dich eigentlich hier so, ne? Ja, die haben nur, das Einzige, was sie davon haben, ist, dass sie das gemacht haben, was der Meister wollte. Der wird dann wahrscheinlich einmal hier, hier machen und dann war's das. Ja. Und dann meint die andere ja schon so quasi, was ich interessant finde, weil das ja quasi schon in einer gewissen Form das Verraten des Meisters ist, was vielleicht auch nur wirklich so auf dieser Erde funktionieren kann. Mhm. Es gab ja nämlich am Anfang auch nochmal diese Szene mit dem Nymph und ihrem, dieser unsichtbaren Kette, die sie durchtrennt haben, wo viele ja gemeint haben, also wo der Meister und die Angeloiden ja gemeint haben, das geht gar nicht, das ist so krass. Und auf dieser Erde von Tomoki hat's irgendwie komischerweise funktioniert mit einer handelsüblichen Axt. Mhm. Ja, ja, stimmt. Diese, diese, diese Ultrakette mit einer Billig-Axt aus dem Baumarkt quasi. Ja, 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 genau. Einfach nur mit dem, mit dem Wunsch und dem Bedürfnis, das zu schaffen. Und vielleicht ist das ja auch so, dass dieses Band auf der Erde dadurch schwächer ist und vielleicht auch einfach machbarer, weil die, die ganze Erde anders funktioniert als, äh, der Void da oben, sozusagen. Mhm. Und ja, auf jeden Fall fühlt sich das so an, als würde sie ihren Meister Minos so ein bisschen verraten wollen und sagt dann so, wir können doch einfach auf der Erde bleiben. Hm, so. Und das wäre doch eine Option und dann meint die Ältere aber, nee, die Option, die, die gibt es nicht. Die, die werden zerstört und die Jüngere denkt sich dann so, ja, ich will aber nicht, dass du zerstört wirst. Die denkt nicht mal an sich. Ja, ja, genau. Das ist sehr altruistisches Denken. Sie sagt, ich will aber nicht, dass du zerstört werden wirst. Und dann meint sie so, wie kann ich, wie kann ich sie dazu bringen, auch hier auf der Erde zu bleiben einfach, ne? Und ja, und dann kommt ihr die grandiose Idee. Wie wäre es denn, wenn ich einfach versuche, dass Tomoki und, also sie sich in Tomoki verliebt, dann würde, hätte sie einen Grund auf der Erde zu bleiben. Bing, grandiose Idee und versucht es direkt durchzuziehen und daran merkt man so ein bisschen, dass sie sehr manipulativ ist. Ja, genau, definitiv, ja. Du siehst, wie Nymph noch nie vorher irgendwie häusliche Arbeit verrichtet hat, weil sie mit einem Staubwedel die Fenster einschlägt. Also fernab davon, das Fenster mit einem Staubwedel abzupudern ist schon mal dämlich, aber. Ich glaube, sie drückt da so hart drauf und kratscht dann darauf so, dass die schon zu bersten beginnt. Ja, ja, genau. Aber dann halt auch nur mit einem Staubwedel das Fenster sauber machen. Also wie gesagt, sie wurde ja schon am Anfang etabliert, als die, die im Haus sitzt, die ganze Zeit Zeugs frisst und pennt und so, aber halt bloß nichts machen, keine häusliche Arbeit, das macht sie nicht. Und deswegen finde ich das voll gut, dass sie so dargestellt wird, wie die mit dem Staubwedel das Fenster kaputt machen. Ja, ich mach doch sauber. So machen wir das doch, oder? Ich hab das mal im Fernsehen gesehen. Ja, genau. Und sie realisiert gar nicht, dass sie da irgendwas falsch macht. Ja. Völlig normal, das Fenster. Irgendwann, wenn sie so weitermacht, ist das Fenster halt so rein, dass du quasi durchgucken kannst. Durchgucken kannst. Ja, genau. Und dann ruft sie halt so, ey, Peter, komm mal her. Und sie ist so voll schon genervt, weil sie allgemein das voll ankotzt, dass sie das überhaupt machen muss. Und dann, ja, weißt du, meine große Schwester, die will von der Arbeit entfliehen und die will alleine zurückfliegen. Und dann ist sie halt recht angepisst und geht dann halt zu ihr und tut sie beim Essen stören und meinten so, ey, was soll das auf einmal? Und er so, ja, ich lass nicht zu, dass du hier alleine abhaust. Ich hab auch keinen Bock auf die Scheiße. Sie ist so richtig angepisst vor dem Gedanken, dass eine von denen weggeht und sie es nicht ist. Genau das, ja. Was eine Arbeitsmoral, ey, unfassbar. Die Jugend, die Jugend, sagst du ja, die Jugend heutzutage. Und während sie dann abgelenkt ist, kommt dann, geht sie dann zu Asreya und mit so einem Baseballschläger und einem Essen und meint dann so, ich hab ne kleine Bitte. Und Asreya guckt nur auf das Essen, weil sie wahrscheinlich, naja, wahrscheinlich, entweder hat sie permanent Hunger oder sie kriegt einfach nie Essen. Ich weiß es nicht, eins von beiden irgendwie ist ihre Realität auf einmal. Und, ja, daraufhin wird sie quasi beauftragt, die zwei mit einem Baseballschläger irgendwo ans Ende der Welt zu katapultieren. Und da sie ja natürlich super stark ist und Hunger hat und bestechbar ist, macht sie das. Und deswegen sind die beiden jetzt, also die ältere Schwester und Tomoki alleine, ja, in der Wüste, in der Sahara, wo auch immer. Wir wissen ja auch nicht, wo diese Wüste ist, kann ja genau, ja, wird ja kein Land genannt oder so, ne, ja, keiner weiß es nicht. Es sieht natürlich aus wie eine der afrikanischen Wüsten, ne, aber, ja, es ist halt ein sehr heißer Ort. Ja. Und es ist so heiß und natürlich alle schwitzen, sie hat natürlich dieses Bikini-Oberteil an und daraufhin sagt Tomoki, gar kein Problem, gar kein Problem. Verstehst du, das Erste, was wir jetzt hier brauchen, ist Wasser. Und dann meint sie so, ja. Sie, 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 es hält noch auf, das ist, das haben wir ja aus irgendeinem Grund aufgefallen. Sie hat das Bauchnabelproblem gelöst. Ach so, ja, stimmt. Nämlich auf die Backe Monokatari-Art. Ja. Mit einem Pflaster einfach. Ja, so wie man es normalerweise mit Nippel macht, wenn die hart rausstechen bei diversen Outfits und man damit verständlicherweise nicht rumlaufen will, provokant macht man das dann meistens oder machen das manche. Ich weiß nicht, da gibt es auch, glaube ich, also da muss man nicht im Normalfall so ein klassisches, ich habe mich geschnitten, Pflaster nehmen, sondern ich glaube, da gibt es speziellere Sachen. Ja, genau. Aber, ja, sie benutzt es auf jeden Fall, das finde ich auch ganz gut, da klebt es also drauf, damit niemand das sieht. Und dann ist es auch alles in Ordnung, ne? Ja, genau, dann geht alles wieder, ja. Dann geht ja alles. Ja, und Tomoki meint halt so, ja, es ist einfach ganz einfach, die Situation ist super einfach zu lösen, wir brauchen einfach nur Wasser. Er ist einfach ein Herr der Dinge, er versteht einfach, er ist smart, er reagiert sofort drauf, es ist heiß, wir brauchen einfach nur Wasser. Ja, es ist ja das Survival-Denken schlechthin. Erst Wasser, dann Shelter und dann Feuer und dann Essen. Das ist die Reihenfolge. Weil Essen man am längsten aushalten kann über mehrere Tage, während Wasser, ich glaube, einen Tag ohne Flüssigkeit ist schon kritisch. Ja, genau, genau. Also 24 Stunden ohne Flüssigkeit ist... Ja, und dann ist ja, genau, Flüssigkeit ist erstmal das Wichtigste und dann Wärme. Gut, da haben sie im Moment noch ganz viel, aber das Fiege an Wüsten ist ja, dass die meisten Leute tatsächlich in der Wüste erfroren sind. Das ist so pervers, gell, dass es ein Minusgrade in der Wüste hat, dass es so kalt wird, dass du... Weil da halt nix ist, ne? Gut, das speichert halt für die ersten paar Stunden, ist das alles noch warm, weil der Sand ja warm ist, aber das verflüchtigt sich halt so schnell, weil da keine Vegetation ist, die das irgendwie... Die verumwedelt und alles. Das ist also der ultimative Todespunkt auf der Welt, ne? In so einer Wüste. Einfach verloren gehen, da hast du keine Chance mehr, das war's. Das gab ja auch mal so Sprüche wie zum Beispiel hier, der ist so dumm, der kann in der Wüste erfrieren. Und dann ist das tatsächlich so. Ja, genau. Oder, keine Ahnung, der kann so gut verkaufen, der kann den Arabern Sand kaufen. Und was kaufen die tatsächlich? Also Saudi-Arabien importiert ganz viel Sand, weil der Wüstensand zum Bauen nix taugt. Das ist so geil. Das hab ich auch nicht gewusst, das ist ja witzig. Ja, das ist wieder so geil. Oh, das ist ironisch. Diese Weisheiten. Oh, das ist gemein. Ja. Aber gut, du hättest auch nie erwartet, wo ich mal in der Doku gesehen hab, dass Salz aus der Wüste kommt. Da denkst du auch so, okay, what the fuck? Von allen Gegenden in der Welt. Ja, ja. Aber die Wüste hätte ich jetzt nicht eingeschätzt, dass da Salz herkommt. Unglaubliche Salz und Rohstoff vorkommen. Öl ja auch und alles. Öl ja auch, ja. Und apropos Ölpumpen, Ölpumpen, Tomo hat eine ähnliche Idee und nimmt mit so einer Pinzette, ne, Pin-Pette nennt man, Pin-Pette. Pi-Pi-Pette, ja. Pi-Pette. Sicher? Pin-Pi-Pette? Pi-Pette, ja. Okay, die Pi-Pette, Pi bedeutet doch zwei, oder? Nee, Quatsch. Nee, das ist eine Pinzette, was du meinst. Ah, okay. Egal. Die Pi-Pette, das ist dieses kleine... Jeder kennt eine Pipette, was erzähl ich da. Ja, wie Ohrentropfen und so. Au, 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 au. Nee, Nasentropfen. Genau. Und, äh, aber anstatt quasi irgendwas drauf zu... ...tropfen sozusagen, wie Augentropfen oder sowas. Er saugt ab. Er saugt quasi ab und zwar die Schweißtropfen, die bei ihr so über den Busen quasi runterlaufen. Und hat dann so ein kleines Fläschchen, wo draufsteht, konserviert für die Ewigkeit. Und so sie ist natürlich peinlich berührt oder beziehungsweise realisiert, dass es nicht normal ist, was sie da macht. Im Sinn von pervers. Ja. Und meint er so, ey, blödel hier nicht rum, du Idiot. Mach lieber was Sinnvolles. Und dann meint er so, oh ja, das ist ja gar kein Problem, da hinten ist ja eine Oase, guck mal, und überall lauter hübsche, äh, keine Ahnung, äh, Wüsten-Sklavinnen oder sowas, Konkubinen. Bauchtänzerinnen. Bauchtänzerinnen und alles mögliche. Natürlich, äh, die eine hat schon ihren Bikini gar nicht mehr an, die andere zeigt ein bisschen was vom Hintern, natürlich alle sehr golden gekleidet und so. Und er denkt sich so, ja, das ist ja fantastisch, Wasser, Palmen. Das ist die Isis. Ja, das ist, äh, ja, stimmt, genau, hier ist ja so ein Schlangen. Ja, genau. Und, ja, und dann denkt er sich so, das ist ja alles super und daraufhin kriegt er eine Gescheuert, die meint natürlich zurecht, das ist eine Fata Morgana, das ist nix, wir müssen auf jeden Fall Wasser suchen. Ja, währenddessen baut er sich dann aus Sand irgendwie so eine dämliche, naja, aufblasbare Puppe aus Sand, könnte man sagen, so vom Design her. Ja, so diese Klassiker, die so den Mund aufmachen und dämlich aussehen. Und er begnügt sich da mit seinen Sandbusen, realisiert dann aber schnell, dass das nicht echt ist und dass das Sand ist. Und es macht doch durstiger. Ja, es macht doch durstiger, dann wird er so ein bisschen massiert von der anderen, wird ein bisschen supported, aber beide hängen dann so langsam. Sind dann am Ende, es wird dunkel, es wird Nacht, sie sitzen dann da und kriegen kaum noch Energie. Dann merkt sie oder realisiert sie halt so, dass sie sich Sorgen um ihn machen, dass sie ihm helfen will und dann meint sie ja aber dann so, was mach ich hier eigentlich, ne? Diese Szene, wo sie so über ihm ist, was mach ich eigentlich, warum will ich diesem eigentlich helfen? Und erinnert sich dann wieder an den Satz, den Ikarus gesagt hat, der Meister hat keine Feinde. Und an ihre Schwester, die gesagt hat, wir könnten doch einfach hierbleiben, die Möglichkeit gibt es doch auch. Dann denkt sie aber wieder an ihren Meister, der sagt zum Angriff. Ja, und sie realisiert irgendwie auf einmal so zwischen den zwei potenziellen Meistern, in Anführungsstrichen. Vor allem, weil das Bild, das ist ja so gesplittet und das beiden Gesichter dann so zusammen eins ergeben, ne? Ja, ja, ja. Zwischen dem Meister und Tomoki. Oh Gott, weißt du, das wär so weird, wenn das ein Foreshadowing ist. Oh nein, ja. Das wär heftig. Du bist ein Teil von mir. Weißt du, was gerade auch auffällt? Diese eine Locke, die vorne so ins Gesicht wandert. Oh shit, die hat fast einen perfekten Übergang. Ja, die geht weiter. Hör auf. Ja, geil. Also die Gesichter von den beiden gehen eins zu eins ineinander über. Also auch kinntechnisch und so. Kann jetzt natürlich nur, oh mein Gott, kann natürlich sein, dass das so gezeichnet ist, aber, also damit es besser aussieht, aber, uh. Vor allem, weil man von dem ja eh ganz wenig Gesicht sieht immer. Der hat ja immer seine Haare im Gesicht. Das wird sicherlich auch einen Grund haben, ne? Ja. 100 pro, 100 pro. Der wird kein gesichtsloser Antagonist bleiben. Irgendwann wirst du es sehen und dann wirst du rappen, warum sein Gesicht verdeckt ist. Ja. Oh, das ist gruselig, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Oh no. Naja, auf jeden Fall, sie sagt halt so, ey, sei nicht so nett zu mir und dann wacht er halt so auf und sagt, wie schön. Das ist natürlich der Moment, wo sie natürlich denkt, was redest du über mich und so, ne? Weil klar, er guckt ihr ja auch irgendwo in die Augen. Aber dann zeigt Tomoki ja auch in den Sternenhimmel, ne? Und guck mal, ist das nicht schön? Und dann realisiert sie, ach, der hat nicht über mich gesprochen, sondern über die Sterne. Aber ja, die sind auch schön. Und dann, weißt du, das war bisher alles so in Ordnung. Mhm. Das war alles so in Ordnung. Und dann muss natürlich... Dann muss natürlich Tomoki diesen einen Fetisch reinbringen. Wo du dir denkst, weißt du, Tomoki, manchmal muss er auch einfach... Man muss auch manchmal aufhören. Ja. Ja, er erzählt dann, er zeigt dann... Er ist ein Schweizer Messer unter den Fetischen. Ja, auf jeden Fall. Er ist sehr flexibel. Er zeigt dann so auf den Sternenhimmel und anstatt, dass er über die Sterne philosophiert oder über die Schönheit begänzen, sagt er, dass es da oben eine Weltraumstation gibt. Und im All gibt es kein Wasser. Wir haben eine besondere Vorrichtung, mit der sie Urin wiederverwerten können, damit es trinkbar ist. So gesehen ist jedes Wasser, das du trinkst, ja schon mal von irgendjemandem ausgepinkelt worden. Das ist der Zyklus der Welt. Die Erde, die recycelt das ja durch die Wetterkreisläufe und alles Mögliche und dass das durch Gestein fließt und dies und das, wird das ja alles nochmal recycelt und auf der Raumstation machen, die das halt entkleiden. Da wird das nochmal aufbereitet. Ich habe mal gesehen, es gab so eine Good Mythical Morning Episode, wo sie dieses Ding hatten, also diesen Filter, den, wenn man da irgendwas durchlaufen lässt, dass unten quasi noch Wasser, also die Flüssigkeit und die Schadstoffe oder das ganze Eklige sozusagen oben in so einem Behälter drin bleibt. Und das musst du halt aber halt mehrmals machen, also gerade bei Urin musst du es mehrmals filtern, dass wirklich unten nur noch, oder es war dann wirklich so, dass unten nur noch durchsichtiges Wasser da ist. Und dann hat Red und Link, haben ihre eigene, ihren eigenen Urin quasi getrunken am Ende des Tages. Ja. Nur gefiltert. Und haben dann festgestellt, ja, das schmeckt nicht schlimm oder so, das ist ja im Grunde normal, aber sie fanden es trotzdem weird. Ja, es ist halt, weil es in diesem kleinen Format ist, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ja, in der Erde, du trinkst halt irgendwie was, was ein Pferd mal in sich drin hat, ein Elefant, ein Wal und irgendwas. Es ist halt alles ein Mix, die Erde existiert schon so lange und das Wasser ist immer noch dasselbe. Also, das kommt nicht neu. Manche Leute glauben ja, wenn es regnet, dass da frisches Wasser aus irgendwo herkommt. Das war halt alles mal, ne? Aus dem Nexus. Es ist halt über die Natur destilliert worden, gefiltert worden und dies und das und jenes und ja, ultraverdünnt. Aber Mikroplastik, Mikroplastik saufen wir auch so. Ja, irgendwann werden wir selbst zu Plastik. Ja, also es gibt schon Gene, die haben sie schon gefunden, die tatsächlich Plastik enthalten, die es vorher nicht gegeben hätte. Ist doch cool, der plastische Mensch. Bei manchen kann man natürlich drüber spekulieren. Aber in Realität ist es ja leider so, wenn du dich in einen Atomreaktor reinwerfst, dann kommst du nicht als Superheld wieder raus. Ja, deswegen gab es diese eine Episode, wo Hulk den Atomkraftreaktor kaputt machen wollte und der Staat fand es nicht so gut, die Idee. Aber er hat gesagt, Atomkraft böse, ja? Ja, genau, guck mich an, aber du bist doch cool, ey. Bumm, bumm, bumm. Auf jeden Fall, ja, wir wollen eigentlich nur von dem Thema ablenken, dass Tomoki darüber philosophiert und sie realisiert dann so, sag mal, warte mal. Erst dachte sie, das wäre so ein nettes Trivia, was man so wissen kann und dann realisiert sie, warte mal, das ist Tomoki, willst du mir etwa damit sagen? Und sie wird so leicht, ja, und dann kommt er mit so einem Glas Wasser. Was ich auch immer spannend finde, weil er hat immer auch Zeugs dabei. Ja. Er hat immer Zeugs dabei, aber nicht das, was er zu 100 Prozent jetzt braucht, sondern nur das, um gerade das zu erreichen, was er haben will. Ist mir irgendwie auch aufgefallen, so gerade, er hat irgendwie immer in den komischen Situationen, hat er so ein mega, er hat jetzt so ein mega frisches Glas, gerade frisch aus dem Geschirrspüler, das hat er jetzt einfach mal hergezaubert. Und tut es so leicht unter, unter ihr positionieren, weil er ist ja jetzt, er ist ja Minitomo, wenn er es braucht, wenn er so die Größe haben muss. Ja, und sagt dann halt so, come on, let's do, tu dein Ding, ne? Lass laufen. Lass laufen. Oh, das ist so unangenehm, ich hasse es. Wenn ich eine Sache hasse, so was so den Bereich angeht, ich meine, ich hasse vieles, was so Fetische angeht, ich bin kein Kingshamer, soll jeder mögen, was er will, aber für mich geht's so bei alles, was so rauskommt, ein bisschen zu weit. Das ist dann so, nope, nope, nope. Ich weiß auch nicht, ob Suminaski so ein Typ ist, der das vielleicht mag, oder Fetische sind halt so ein Ding, ne? Und dadurch, dass das ja auch irgendwie ein bisschen verpönt ist, macht's ja dann wieder, das ist ja dann die verbotene Fruchtprinzip, und das ist ja dann wieder auf fiktionaler Ebene unterhaltsam oder attraktiv, ne? Es gibt ja auch Leute, die finden das in den Hinterherr und so voll toll, aber würden das dann echt voll eklig finden, so. Das ist halt auch so, ja, du musst es, du trinkst es ja nicht, du konsumierst es ja nicht, sondern du siehst es ja nur. Ja. Ich glaube, das ist nochmal der Unterschied. Aber ja, ich, ich, bei mir ist, zieht sich ja innerlich alles zusammen, und es war dann dieser Moment, wo ich gedacht hab, ja, das ist ein Joke, aber I hate it, I hate it so much. Und dann kriegt, dann fangt er an, hier halt so die, die, die Unterbuchse auszuziehen, ne? Mhm. Und meint, und du merkst halt auch, er ist halt durch, ne? Er ist halt von der Hitze auch total geschädigt. Ja, genau, genau. Und dann fangt er an zu schreien, Zirkulation, ein ewiger Kreislauf. Dass man quasi immer wieder das eigene Wasser zu sich nimmt, was man vor sich gibt, Schweiß, Urin und so weiter. Ich mein, wahrscheinlich würde man das irgendwann machen. Ist es auch. Oder? Oder? Zum Überleben. Ja, Bear Grylls hat's doch vorgemacht. Ja. Aber irgendwann hört's halt auf, ähm, das, das, ähm, Bear Grylls sagt dir ja selber so, in so einer Notsituation, ne? Das kannst du ein-, zweimal machen, danach bist du so übersättigt mit Schadstoffen, da kommt nix raus, was du mehr verwerten kannst. Mhm. Da bist du, da hat der Körper so viel, irgendwann kommt allgemein nix mehr raus. Dann hat der Körper sämtliche Flüssigkeit. Absorbiert, umgesetzt, verdunstet. Äh, ja, da ist dann nix mehr. Also, ich will nicht in diese Situation kommen. Nee, lieber nicht, ne. Oh Gott. Und, ähm. Dann gehst du zu irgendwie so einem Kaktus und, oh ja, da ist Wasser drin. Ja, genau. So ein Meskalinkaktus und dann, ja, kannst du zumindest in, in, in Friede sterben. Die, die, ja, das stimmt, das wäre vielleicht auch der Vorteil. Der, der ewige Kreislauf, ein Kreislauf, immer im Kreis, immer im Kreis, immer im Kreis, sagt er die ganze Zeit. Und sie will, sagt er, ich will nicht, ich will, verständlicherweise. Und dann, ja, schlagt sie ihn einmal um die Erde und sagt, dreh dich doch selbst im Kreis. Ja, und dann ist er quasi für die Erde so eine Art Trabant, ja, Trabant-Saturnkreis. Also, er ist, er ist, er ist, er ist im Orbit, ne. Ja, er ist im Orbit und und aus irgendeinem Grund fliegt er wie so ein Komet dann in mehrere, in mehrere Fassungen sozusagen. Es sind aber mal ganz viele Tomokis, die auf die Erde einprasseln. Kann auch sein, dass das nur eine sehr schnelle Bewegung symbolisieren. Ah, okay, ja. Ja, gut, er kommt so als, als, als Meteorregen wieder runter, das ist natürlich, ja. Oder das soll der Wirbel darstellen, sehe ich gerade. Das kann auch sein, ja. Da steht nämlich überall Wirbel, Wirbel. Also, das ist quasi die Szene, wie er weiterhin um den, also der fliegt noch, er landet nicht gerade. Ja. Genau, und sie hat die Faust geballt, guckt nach oben, ist immer noch so leicht dezent wütend. Ähm, und dann kriegt sie so die Hand auf die Schulter gelegt von, von der, von der jüngeren Schwester und die so, mit den beiden Fingerspitzen so zusammen so, und so leicht geniert so. Und? Ist die Liebe jetzt erwacht? Und sie realisiert halt sofort, okay, das ist dein Plan gewesen. Zack, komm, du auch mit. Und dann fliegen beide gemeinsam mehrere Male um die Erde. Fantastisch. Die kriegt halt einfach auch alles ab. Und dann, ja, dann, dann taucht, nimmt noch hinter ihr auf, auf einmal, weil die ja scheinbar doch wissen, wo sie sind. Mhm. Und dann, was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum sie, ach doch, sie reagiert deswegen so drauf, weil sie Tomoki verletzt hat, oder? Oder wie, 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 wie nehme ich das wahr? Ach so, nee, nee, weil sie die Arbeit geprellt hat. Ja, weil sie die Arbeit geprellt hat, deswegen. Ja. Und sie denkt halt, oh mein Gott. Das haben die jetzt nur gemacht, damit sie nicht arbeiten müssen. Ja, genau. Spaß in der Wüsten sterben, das ist viel mehr spaßiger als das. Und, ja, Nymph kann scheinbar in die, in den Ort zurückgucken, wo sie halt war vorher. Und realisiert dann auch, scheiße, das sieht richtig übel aus, wir müssen wieder zurück. Und, ja, dann siehst du halt, was da ist. Oh nein, ja, weil Mitzki am Kochen ist. Weil Mitzki am Kochen ist, das ist so quasi Worst-Case-Szenario. Ich meine, das sieht schon wirklich cool aus, was man da so sieht. Also, alles, was eigentlich sauber zum Zaubermachen genutzt wird, hängt irgendwo in der Wand, irgendwo in der Fassade drin. Ja, sieht gut aus, ne? Selbst der Putzlappen hat sich irgendwie, ich weiß nicht wie, aber an der Wand befestigt. Ja. Der rutscht da so ganz langsam runter. So ganz langsam. Und, ja, währenddessen tut Mitzki da lecker Zeugs, kochend, alles qualmend, alles ist scheiße. Warte mal, warte mal. What the fuck? Ja? Ach so, ach so, ja, genau, stimmt, ich sehe es jetzt gerade erst. Sie kocht ja für die Leute, die draußen in dieser Strandhütte essen. Ja, genau. Und Icarus nimmt den Teller, die Besitzer, ach, das ist wieder die Mutter und ihr Kind, ihr Mädel. Die Mutter, die so in Tomoki verliebt ist da, weißt du? Genau. Ja. Ja. Und sie sieht das Essen und sie beide haben schon sehr Angst vor dem Essen, weil es hat einfach eine Aura, wie keine Zweites. Und das Geile ist, Icarus versucht sich im Grinsen, weißt du, das ist das, was sie gelernt hat, indem sie einfach komplett bleich guckt und dann grinst, bing, mit diesem Grinsen. Ja, und sie serviert es dann und die, das kleine Kind hat Angst und heult wegen dem Essen. Ja, die will das nicht, genau. Wir sehen, by the way, auch mal den Vater. Oh ja. Ja. Das sind die Details, ne? Ich mag das, wie das Kind heult, das ist so gut. Muss ich an so eine Comic-Party-Szene denken, kann ich mich noch erinnern, wo die Taishi und Katsuki so schnell rennen, weil die irgendwie rechtzeitig wohin müssen, dass die die Schallmauer durchbrechen quasi. Und dann rennen sie an der Mutter und dem Kind vorbei und rennen so schnell dran vorbei und das Kind verlangt zu weinen. Ja, wie wenn so ein lautes Auto vorbeigefahren ist oder so, ja. Weinende Kinder sind Comedy pur, ey, ich sag's wie süß. Extrem. Ja, und ja, alle haben da so, merken dann halt so, oh fuck, wenn's so weitergeht, das ist scheiße, dann kommen wir hier nie raus, müssen wir noch mehr zahlen. Und ja, dann kommt halt die andere wieder, die ältere Harpien-Schwester und macht alles sauber und man kriegt immer mal voll mit, oh mein Gott, die hat ja voll die Skills drauf, voll die Put-Skills und kochen kann sie halt auch super. Oh mein Gott, das ist ja fantastisch. Und ja, dann ploppen die andere Harpien-Schwester und Tomoki rechtzeitig hinter ihnen auf und du denkst schon, oh Gott, jetzt kriegen die erst recht nochmal was. Und dann kommt sie aber her, tut den Halbnacken, Tomoki, der mittlerweile komplett fast verdurstet ist. Nur noch so eine Mumie. Ja, nur noch so eine Mumie mit einer Beule. Bekommt dann was zu trinken und, joa, ja. Damit endet das Kapitel. Achso, sie guckt noch, ob er Fieber hat. Also du merkst auf einmal, die Emotionen sind da wieder enorm anders. Die haben sich anders entwickelt jetzt. Man merkt, dass die eine Harpien-Schwester auf jeden Fall sich in Tomoki verguckt hat. Ja, definitiv. Und dann gibt's noch den Mini-Part, wo Mitsuki dann noch ihr letztes Essen an Astrea anbietet. Und ich mag es, wie sie mit diesem Gesichtsausdruck dann auf dieses Essen guckt. Und ich glaub, innerlich weiß ich genau, was sie denkt. Ja, das ist wie, wenn sie sich diese Giftpilze da anguckt und sagt, soll ich oder soll ich nicht? Ja, genau. Ich weiß, dass es mich umbringen wird. Aber es füllt meinen Magen. Meine Angstrezeptoren sind da, aber es ist Essen. Ja, genau. So, jetzt sind wir beim letzten Kapitel. Das heißt Feuerwerk. Wir sind auf einem Festival wieder. Ein schönes Sommerfest. Und es ist ein Sommerfest? Ja, ne? Auf jeden Fall. Er ist wieder bei dem hier OG-Sunder, der immer seinen Stand auf hat und eigentlich immer abartig, ekliges Essen verscheuert. Und es schmeckt schon wieder scheußlich, sagt Tomuki. Und er antwortet halt immer nur, halt die Klappe hier, du hast hier gar nichts zu melden. Aber auf jeden Fall, so beliebt ist sein Stand ja sowieso nicht. Aber naja. Gut, also sie sind da auf dem Fest. Und, warte, ich muss nochmal ein bisschen nachlesen wieder. Naja, er vergleicht quasi seinen Geschmack mit dem Geschmack von Tomuki, dass er eher so reifere Frauen mag, weißt du? Weil er halt erwachsener ist und deswegen vergleicht das so geschmackstechnisch. Du kleiner Knirps, du hast ja keinen Geschmack und so. Und er meint dann so, ja, für mich eher so erwachsene Frauen so vielleicht noch bevorzugt mit Katzenohren. Und dann sieht er ja die eine Harpenschwester, die ältere, und die hat ja so diese... Ja, stimmt, genau, diese... Das sind ja so wie Katzenohren, ja, genau. Und da ist sie dann da und dann sagt er, oh, meine Fee. Und er will ihr dann gleich noch eine zweite Portion anbieten, aber er kriegt die erste dann gleich wieder in die Schnauze. Nein, danke. Man sieht auch, was das ist, ne? Also er hat Yakisoba, also Nudeln und Erdbeertorte drauf. Ja, es ist Nudeln mit Erdbeertorte. Das ist ja totale Geschmacksverehrung. Leckere Yakisoba-Sahnetorte, Schokoladenkuchen, Obsttörtchen, Käsekuchen, Makronen, Apfelkuchen. Käsekuchen, Makronen, Apfelkuchen. Ja, auf jeden Fall. Ja, kriegt er da erstmal massiv Kritik von ihr und kann das überhaupt nicht hören. Also er zerbricht daran innerlich, sie macht ihn richtig fertig. Und so widerlich, ne? Hier, die Nudeln sind zu weich und wie kann man Yakisoba mit Sahnetorte mischen? Hier, widerlich stirbt. Ja, der ist vollkommen am Boden. It tastes like fucking Trash. Ja. Das ist hier Restaurantkritik, ja, weißt du? Hier, wie hieß er nochmal? Der Englischsprachige da. Achso, hier, Gordon Ramsay. Ja, genau, das ist so Gordon Ramsay-Style so. Das ist einfach Bullshit, was du da machst. Ja, genau. Das kannst du keinem mitten. Das ist ja widerlich, das ist viel zu nass. Und überhaupt, Yakisoba mit Sahnetorte, bist du des Wahnsinns? Das ist wirklich widerlich, verreckt doch einfach. So gut. Vielleicht kommt das auch daher, würde mich nicht mal wundern, weil das könnte auch die Zeit gewesen sein, wo das existiert hat. Oder gerade groß war Gordon Ramsay und Co. Ja, das kann sein, ja. Das hat ja auch die Vibes, weil sie ihn ja komplett fertig macht und beleidigt und so wegen dem Essen. Ja, genau. Hat schon Parallelen dazu, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. So richtig, also sie gibt ja auch noch objektive Kritik in dem Sinne, bloß halt sehr böse. Beleidigend. Ja, genau. Ja gut, das Fest geht weiter. Mitsku, ich frage nochmal nach hier, sagt nochmal, dass sie auch wegen dem Feuerwerk da sind. Und sie weiß, die Habje weiß gar nicht, was Feuerwerk überhaupt sein soll, ne? Ja, ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ich glaube, da ist was in der Übersetzung, weil sie denkt jetzt an Feuerwerk und sieht dann hier, wie hieß das nochmal, dieser Hula, ja, dieser, wo du da unter dem Stab durchtanzt hier. Oder das unter dem Stab durchtanzen. Jeder weiß, das kennt dieses Klischee von Hawaiianern, die da unter dem so immer weiter runter quasi gehen. Und sie hat da halt schon so richtig detaillierte Bilder im Kopf von so einer Hawaiianerin, die da im Bastenrock da diesen Stabtanz da macht. Und das fixiert sich dann auf einen so ein Detail in ihren eigenen Gedanken, dass man ja den Bauchnabel von der Frau da sehen kann. Ja, und das ist natürlich, wie kannst du das wagen? Ist natürlich total aus dem Häuschen. Das Geilste ist, keiner hat ja jetzt wirklich gesehen, was da in ihrem Kopf gerattert hat. Und er kriegt halt einfach so aus dem Nichts auf die Fresse. Feuerwerk, was? Batsch! Perverse Sau. Ich denke, ich könnte mir eine Sache vorstellen. Dass quasi Hanabi oder so was. Hanabi, ja. Oder Hanabi. Oder Hanabi. Dass man das, oder was die vielleicht, vielleicht nicht Hanabi direkt, aber das Feuerwerk oder so per se, oder was die da sagen, dass man das vielleicht falsch verstehen kann. Ich meine, das ist ja eigentlich irgendwie zwei Worte mit Feuerblumen, wenn du es so übersetzen würdest. Ja, ja, genau. Entweder, die denkt deswegen an eine Hawaiianerin mit Feuerstange und einer Blume im Kopf. Ja, ja, das kann gut sein. Aber es kann auch beides sein, dass es quasi, je nachdem, wenn man das Kanji anders schreibt, dass es auch so was bedeutet wie Feuer, Tanz. Ja, das kann gut sein, ne? Also so Sachen kann ich mir halt vorstellen. Und dadurch kommt dieses Missverständnis dann auch auf in ihrem Kopf, ne? Dass das irgendwie so hawaiianisch dann auf einmal ist. Ja, genau. Aber gut, ja. Tomoki hat natürlich noch was in der Hinterhand, nämlich dieses Supermarktfeuerwerk, quasi dieses Kinderfeuerwerk, wenn man es schon so sagen kann. Auf jeden Fall, jeder kennt es, das ist dieses Feuerwerk, was die so kaufen können, was sie so in der Gruppe selber machen können, ne? Vor allem in Japan auch super, dass man da irgendwo an den Fleck geht und dann solche auf dem Boden sitzt und die Dinger anzündet. Ja, und dann auch noch nicht mal so wirklich, das ist halt wirklich so ein Sommerding in Japan, ne? Das ist nicht hier, oh, Filvesta, wir besaufen uns und sprengen uns die Hände weg, sondern einfach mal so an einem schönen Sommerabend und da so ein bisschen Lichtspektakel machen, ne? Ich finde das auch cool. Ich bin ja ein großer Freund von Licht. Ich will irgendwann eines Tages, möchte ich mal auf ein Lichterfest gehen. Ja. Ich hoffe, dass durch, nach Koronga jetzt so langsam mal irgendwie das, oder beziehungsweise nicht nur Koronga, sondern auch hier Dings, die ganze Licht- und Energiegeschichte, dass irgendwann mal wieder irgendwo in der Umgebung ein Lichterfest ist. Weil ich will das so gern mal sehen. Ich liebe Lichter. Das ist ein Grund, warum ich Lichterketten zu Hause habe. Das ist ein Grund, warum ich Weihnachten auch lieb teilweise, die Städte und so weiter. Ja, genau. Ich habe das, ich hasse Städte dafür, dass sie laut und eklig sind, aber was immer so fasziniert sind, so diese Neonstädte, ne? Diese, weiß, was ich meine, so teilweise schon so in Cybermen gedüftet und was weiß ich. Ja, genau. Wenn du so die Skyline von Shanghai siehst oder so, das ist schon echt geil. Ich meine, Japan hat ja sogar teilweise Orte, Neon Beläubung oder so, was direkt straight aus irgendein Cyberpunk-Movie kommen kann. Ich glaube, es wurde sogar ein Set dafür genutzt. Ja, hier Blade Runner und sowas. Ja, genau. Da wird irgendein Ort in Yokohama oder so benutzt, oder was? Ich meine sogar war das so. Deswegen ist ja auch diese ganze Cyberpunk-Thematik, auch die ganzen alten Sachen, da siehst du eigentlich immer, dass es japanisch angehaucht ist. Die ganze Architektur und alles, weil es halt auch daherkommt, diese ganze Lichtgeschichte. Aber auf jeden Fall, gut. Die machen da dieses Einzelfeuerwerk in dem Sinne und kommen sich da wieder ein bisschen her. Achso, vielleicht nochmal zu, um es vielleicht noch kurz zu erklären, das ist halt so, und das finde ich halt besser als bei uns zum Beispiel oder allgemein, weil da kümmert sich die Stadt quasi einmal um ein großes Feuerwerk, was dann auch dementsprechend geil inszeniert ist von Profis und sieht cool aus und so. Und das gucken sich dann alle an und gehen dann halt auf diese Märkte und so, wie ein Straßenfest quasi. Und das finde ich halt sinnvoll, weil dann A, tust du selber kein Geld dafür ausgeben und B, es ist halt einfach von Profis gemacht. Ich habe eins mal erlebt von Profis, das ist so viel geiler als alles, was die Umgebung macht an Silvester. Habe ich mal beim Kirschblütenfest in Hamburg, da war ich hin und wieder mal hingegangen und die haben immer, über der Alster haben die immer ein professionelles Feuerwerk und das ist halt auch geil. Es ist zwar auch laut in dem Sinne, aber man ist ja weiter weg und das Geile ist, du siehst das Licht ja, bevor der Knall kommt, weil es halt so weit weg ist und das Geile ist ja, was ich sowieso am japanischen Feuerwerk, allgemein auch wenn man jetzt mal mit diesem kleinen Feuerwerk jetzt für die kleine Gruppe da beateilt, es geht nicht darum, dass das laut knallt und bang und kracht und explodiert, sondern es geht um das Licht. Dass es schöne Licht, dass es schöne Farben hat, schön knistert und das ist halt das Schöne, weil ich hasse so laute Geräusche, ehrlich gesagt. Deswegen, das ist das, was mich an Silvester immer am meisten nervt, dass sauernd immer irgendwas explodieren muss. Ich mag es auch zentriert einfach, weißt du, an Silvester, wenn jede Stadt einfach machen würde, wäre das viel geiler. Und so ein professionelles Feuerwerk, es sieht halt auch geil aus, wenn da so eine, so eine, so eine, so eine richtige, so eine Feuerblume halt tatsächlich am Himmel, die ist ja auch eine Weile am Himmel, du siehst die tatsächlich. Und bei diesem Billigfeuerwerk, das macht immer Ja, oder was war das, was war das im letzten Silvester, habe ich irgendwas gesehen, das war voll krass, ich weiß gar nicht, das war irgendwo in Amerika war es glaube ich, oder sowas, da haben die Drohnen mit Lichter gemacht. das haben die auch in, in, in Shanghai haben sie das auch gemacht und du hast wirklich wie Hologramme am Himmel, das war Shanghai, das kann auch sein. wie Hologramme am Himmel gehabt, ne, und die sich bewegt haben, so 3D-mäßig aussahen und so, das war scheiß cool. Ja, genau, da hatte einer so einen Kommentar drunter geschrieben, den kriege ich irgendwie nicht aus dem Kopf, so im Sinne von, stell dir vor, du hast so Technologie, dass du sowas, so Gesichter, mit Licht machen kannst und dann gehst du zu irgendwie so einem unidentifizierten Stamm im Amazonas und wärst einfach mal deren Gott. Oh mein Gott, ja. Das ist ja mal fies. Das ist schon. Was ich auch überlegt habe, stell dir vor, du würdest einfach so einen riesigen Mops, weißt du, einfach so eine riesige Titte. Am besten noch so 3D oder so anime-mäßig mit so diesem Boing-Boing-Effekt. Ja, genau. Wär das lustig, Alter. Es wär so lustig. Ja. Für dir passt der gerade dazu, deswegen, ja. Aber ja, schöne Lichter, schöne Lichter ist das Thematik von dem Kapitel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann, ihre Gedanken springen halt immer wieder hin und her, zwischen dem, dass sie da in der Gruppe gerade sind, dass sie Spaß haben und immer wieder zu diesem Meister, der halt da sitzt und sich langweilt und halt einfach Asshole-Energy ausstrahlt. Von mir. Ja. Und sie denkt sich dann noch, jetzt hat sie so wirklich so einen Gedankengang. Wenn ich das jetzt mitnehme und ihm das zeige, vielleicht sieht er denn alles ein bisschen anders oder so. Also sie ist so fasziniert von diesem Feuerwerk. Ja, sehr positiv gedacht. Ja, sie hat noch so diesen I can save him Gedanken. I can fix him. Ich glaube, da ist alles verloren, aber ja gut, sie ist halt so gutmütig noch, dass sie irgendwie noch versucht, das Gute in ihm zu erkennen, dem bösen Meister. Ja. Jetzt kommt so ein bisschen wieder diese Nakama beziehungsweise Synergie-Geschichte. Ja, genau. Die ich auch immer ganz süß finde. Inwiefern jetzt? Warte. Naja, dass sie, also sie guckt dann so ihr Feuerchen alleine mehr oder minder so ein bisschen auf Abstand und dann kommt Mitski und sagt, hey, kannst du mir mal Feuer geben? Ich weiß nicht, das ist irgendwie Ja, genau, dass alle dann kommen. Genau. Und ja, dass du dann merkst, dass diese Gruppe untereinander, wie gut das funktioniert, wie gut sich das anfühlt. Ja, genau. Jeder kommt und dass die Spaß haben sich dann auch. Dass Astra eher erstmal die Wunderkerze frisst. Oh, das ist so dumm jetzt, ja. Weil, ja, sag mal A und dann Ja, Nymph hat die glorreiche Idee, ihr diese, diese, ja, Feuerwerksteile da ins Maul zu stecken. Und dann geht sie auf Abstand. Dass sie ein mega Schenkelklopfer ist. Super lustig. Wie man da leidet. Bei Astra eher geht einfach der komplette Mund kaputt. Ja. Komplett alles. Sie, 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 sie implodiert quasi, ja. Das ist so. Ja. Ja, Sünde. Ja, Nymph lacht sich, Scheck. Ja, genau, wie gesagt, voll der Schenkelklopfer. Die einzige, die das witzig findet, wahrscheinlich. Angelinen sind halt ein bisschen Fantastisch. Ja, die sind auch ein bisschen besser ausgebaut als eine Person. Ja, klar, da passiert nicht so viel. die ist das Gesicht weg, ne, da, bei denen ist, die kennen mehr Schmerz. Aber trotzdem ist immer böse, dass Astra eher immer so ein bisschen, wie wird man auf Englisch sagen, the butt of the joke. Ja, genau. Ja. Immer der, 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 der dumme Mann, ne. Ja. Ja, gut. Und Icarus, die hat das, sie hat diese, diese Wunderkerze da im Mund und Tomoki zeigt ihr dann erstmal, wie man das richtig macht und im Grunde eigentlich nicht, weil er hat da dann halt so Kracher, auf jeden Fall, aber irgendwas, was eine Druckwelle erzeugt und schmeißt den das erstmal unter, unter den Yucata, damit der hochfliegt und man sehen kann, was da drunter ist. Er muss ja auch noch Spaß haben. Zu ihrem Glück tragen sie den nicht auf die traditionelle Art und ja. Ich glaube, das trägt keiner mehr. Nein, ich glaube, ich glaube, das ist auch teilweise so ein Urban-Müff oder so, weil selbst in der damaligen Zeit haben sie ja Unterwäsche gehabt oder sowas in der Art halt. Die haben sich da so in einem Umgebung gewickelt. Es kam halt immer drauf, ja, ja, ich glaube, ich habe mal gehört und das macht auch Sinn, es kam mir immer drauf an, wer es getragen hat, wer den Yucata oder den Kimono getragen hat. Wenn das natürlich der, 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 der Shogun. So ein richtiger, äh, historischer Kimono, das waren ja 15, 16 Lagen, in denen die da gesessen haben, da brauchten die, glaube ich, gar keine Unterwäsche, weil du dich eh niemals zum Ende vorgegraben hättest. Also. Ja doch, eben halt bei Konkubinen. Ja, ja, klar. Da musste das ja bei irgendeinen Prostituierten, da macht es Sinn, da musste das ja schnell gehen, genau, ja. Genau. Da gibt es ja dieses lustige Spielchen. Ja, dieses Rausdrehen. Rausdrehen, ne? Ich denke, in der Hinsicht war das schon so, aber ich denke, in der, also ich denke, außerhalb der Edo-Periode und so. Das macht keine Sau mehr, ne? Nee, nee. Und wenn dann wahrscheinlich, wenn da so ein bisschen Exhibitionismus mit bei ist oder so. Aber es ist ja ein kleiner Running-Gag von manchen Japanerinnen oder Japaner, dass die, ähm, quasi Leuten, die von außerhalb hergezogen sind und die Kultur noch nicht so kennen, dass die das denen sagen. Ja, ja, übrigens, unten runter tragt man nix, ne? Das ist so bei uns. Das ist wie bei den Schotten, der Kilt, ne? Das ist, das hält, das hält, das hält sich ja auch immer hartnäckig und dann so, na, na, hä? Hä, was denkst du, hä? Ja, leider die Leute bei Metal-Festivals ziehen es leider durch. Ja, leider. Das siehst du immer, wenn du die nach vorne tragen musst auf die Bühne. Und dann merkst du auf einmal, oh nein, oh nein, du bist doch nicht. Warum, warum, warum? Wenn ich daran ziehe, geht das Licht oben an. Der Lampenschirm. Äh, das ist, äh, ist unangenehm. Äh, ja, gut. Tomoki knallt auf jeden Fall gegen. Auf jeden Fall, er zeigt ihr jetzt, wie es richtig geht, ne? Ist natürlich überhaupt nicht, ne? Er macht das doch erstmal selbst mal richtig, heißt das. Ja, ähm, Mikako möchte auch beim Feuerwerk mitmachen, hat natürlich erstmal so einen militärischen Flammenwerfer dabei. Feuerwerk. Und sie ist halt völlig überzeugt davon, alle haben schon Panik um ihr Leben. Ja. Flammenwerfer sind übrigens eine so grausame Waffe. Ja. Es ist ja nicht nur so, dass das ein überdimensioniertes Feuerzeug ist, das ist ja eine klebrige Flüssigkeit, die in Brand gesetzt wird. Und, ja, den Rest kann man sich denken. Haftet dann auch die. das kriegst du nicht so schnell aus. Ja, und dann jagt sie die halt mit ihrem Flammenwerfer da. Ähm, ja. Und, äh, trifft dann hier den, 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 sie, 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 sie findet das ganze, die ganze Restfeuerzeug, Feuerwerk. Nee, das war ja die, die, die Schwester da. Und packt das erstmal bei Tomoki in, in, in die Hose. Ist sicher dran, ja. Genau, damit es, damit es jetzt hier halt, äh, nicht alles in die Luft kommt. Ja, genau. Packt das mal lieber weg so. Aber es, es brennt ja schon. Mhm. Und, äh, dann geht noch so ein bisschen, so, so quasi das Leben bei ihm vor, äh, vor den Augen. Er hat noch so, 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 so. So, so einen ruhigen Moment vor dem, vor dem Knall. Ja. So, so das klassische, pfff. Er ist ein Blättchen, fliegt an ihm vorbei. Ja, schön. Ja. Und dann, er guckt auf die linke Seite, da sieht, die, die, eine Harpien-Schwester, die auf Abstand geht. Und dreht er sich oben. Sieht die anderen, die auch auf Abstand gehen. Und er, er, er weiß, so, jetzt, jetzt, jetzt geht's ab. Genau. Und dann explodiert er, aber in einer unglaublich schönen Art, ähm, ein, ein, ein Feuerwerk entspringt aus seinem Schritt. Und Feuer und Wasser kommt nicht zu tun. Ja. Ich mag es, wie er dann darüber nachdenkt. Es gibt noch andere Orte. Man hätte das Feuerwerk auch in den Eimer. Ja. Oder in den Fuß werfen können, oder? Genau. Aber nee. Das war seine, seine Badehose. Ja. Und dann steht er da in Flammen und auf einmal, als er dann wieder bei sich ist, ne, dann steht er in Flammen und rennt da rum und alle, alle rennen vor ihm weg, weil sie halt seine, sie ihn nicht, sich nicht bei ihm anzünden wollen in dem Sinne. Und, äh. Bestimmt, ein paar brennen sogar wegen ihm, ja. Ja. Und, äh, ja gut, das endet natürlich im Wasser, dann ist alles wieder sicher. und alle sind glücklich, sie lachen. Die, äh, erste Harpien-Schwester guckt sich das an und, äh, ist halt wieder bei sich, bei, bei ihren, in ihrem Weltbild mit, mit, dass das, dass das irgendwie alles gar nicht zusammenpasst, ne. Alle sind fröhlich, alle sind, sind lachend zusammen und dann geht nochmal so richtig fettes, riesiges Feuerwerk über zwei Seiten. Das sieht halt auch sehr so fröhlich aus. Was sich denn, was ihr Gesicht denn erhält, das sieht mega geil aus, ja. Ja. Und, äh, ja, das ist dann halt dieser, dieser Moment, wo sie wieder, Ja, wo sie realisiert, wo sie realisiert, dass das, dass das, dass das echt Spaß macht da, was sie, was sie macht. Ja, das ist schön, das macht Spaß. Ja. Und dann, äh, kommt noch die Frage am Ende, ne. Hast du dich jetzt eigentlich schon entschieden? Ob, 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 ob sie bei ihnen übernachten oder nicht, bei Tomoki und, äh, ja, sie hat sich halt, sie, eigentlich hat sie sich innerlich ja schon entschieden, aber sie, sie kann's halt nicht, weil immer, wahrscheinlich kämpft sie innerlich gegen dieses Imprinting an. Die andere Schwester, die ist da irgendwie gar nicht so von betroffen anscheinend, weil sie bittet ja da auch, komm, lass uns, lass uns hier übernachten und dann kommt dann, sie denkt innerlich auf jeden Fall, komm bitte, Schwester, gib dir einen Ruck. Genau, komm, bitte, ja. Und dann sagt sie auch ja, also, ja. Wir nehmen dein Angebot an, erst, jetzt erst mal an, genau. Und dann sind alle glücklich, die kleine Schwester fängt an zu weinen, quasi, dass sie quasi diese Entwicklung auch jetzt bei ihrer Schwester erkennen kann. Und dass der Plan aufgegangen ist. Genau, dass ihr Plan aufgegangen ist, genau. Ja, dann wollen die noch später Eis essen und alles und es ist noch viel mehr Spaß geplant und es geht auf. Die kleine Schwester fliegt erst mal mit Icarus weg, ganz glücklich, ganz happy. So, was dann sich später rausstellt, dass es leider ein Vorwand war, dass sie zusammen weggeflogen sind. Ja, das ist auch so der typische Dragon Ball-Zeit. Ja, genau. Wo sie aus der Stadt rausfliegen und du weißt, ich weiß, warum sie aus der Stadt rausfliegen. Wenn so zwei mega heftige miteinander sich halt bashen wollen, dann soll sie von lass uns aus der Stadt raus, wir wollen hier keine anderen mit reinziehen und das ist es nämlich auch. Die kleine Schwester fordert Icarus jetzt heraus zu kämpfen und bereitet ihre Waffen vor und so im Sinne von ich lass dir keine Wahl und das macht sie, weil sie jetzt weiß, ihre Schwester ist jetzt in Sicherheit im Sinne von die wird ihren ihren Weg finden auf der Erde, aber irgendeiner muss schon zerstört werden. Genau, weil das die quasi mehr oder minder die Mission ist. die Mission muss beendet werden, sonst wird sie nie frei sein. Genau, und das ist irgendwie so traurig, oder beziehungsweise auch cool, dass sie vermeintlich, eigentlich würde man denken, das wäre jetzt eher so eine Sache, die die große Schwester gemacht hat, aber die kleine Schwester hat die ganze Zeit schon auf diesen Plan dahingearbeitet, dass sie quasi sich, also dass die große Schwester bei denen bleibt, da sich integriert und glücklich sein wird und sie wird sich zerstören. Ja, das ist so dieses, es gibt es ja in manchen Filmen, Altruismus, ja genau, dieser Altruismus, das gibt es ja in manchen Filmen, wo der, wo einer halt die ganze Zeit so durch den, durch den, durch die Geschichte durch, auf irgendwas hinarbeitet und alles, alles quasi für andere besser macht und sich dann am Ende aufzuopfern, damit der ganze Plan sich entfaltet. Ja. Ich könnte jetzt was nennen, aber ich will es nicht wegen Spoiler. Ja, ich kenne da auch so einen Film mit Will Smith zum Beispiel oder so. Ne, das meine ich nicht, weil ich dachte an einen sehr bekannten Anime, aber ich möchte den Namen nicht nennen. Ne, ne, ne. Das wäre dann eine der geilsten Enden aller Zeiten ist, meiner Ansicht nach. Du kennst es, du weißt wahrscheinlich genau, was ich sagen will, oder? Wahrscheinlich. Es gibt nicht so viele Anime, wo man sagt, das ist einer der geilsten Enden. Ja, ich sag's dir gleich, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ja, 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 mach das. Auf jeden Fall, das ist halt nochmal echt eine starke Szene zum Schluss, was ich halt auch noch sehr mochte an dieser, an dieser ganzen Situation ist einfach dieser, du weißt, was kommt, aber wenn's dann kommt, ist es trotzdem irgendwie so uff. Und selbst Icarus fragt sich dann so, ey, warum? Ist doch jetzt alles geklärt oder so, ne? Vielleicht weiß Icarus halt auch mehr wieder, ne? Vielleicht denkt sie sich, hey, wenn ihr jetzt hier bleibt, dann wird sich das alles von selbst erklären und lösen. Vielleicht so im Sinne von, der Meister, der findet schon einen Weg, euch zu befreien, ne? Das ist, und das würde er wahrscheinlich sogar. Ja, wahrscheinlich, aber fürs Erste werden wir damit alleine gelassen und damit geht es nächste Mal weiter und ich bin ehrlich gesagt mittlerweile jetzt richtig heiß, weil es gibt natürlich noch einige Fragen zu beantworten, aber jetzt sind's nur noch drei Bände. Ja, das kriegen wir auch noch hin, dieses Jahr. Entschuldigung, vier, 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 sind's nur noch vier Bände und was natürlich auch noch eine Sache ist, jedes Mal, vielleicht war das bei dir auch so, jedes Mal, wenn ich das Meer gesehen habe, wenn ich das Meer gesehen habe, oder Wasser generell, in dem Manga, in dem Band, jetzt habe ich jedes Mal gedacht, wann kommt sie? Ja, wann kommt Chaos? Dachte ich auch schon, ja. Weil sie wartet ja noch, sie entwickelt sich ja gerade noch. Ja. Also Chaos, also Safe wird so eine Art Final-Boss-mäßiges Wesen, Safe. Und das ist ja wieder das Geile an Chaos, sie ist ja weder auf der, weder 100% auf einer Seite noch auf der anderen Seite, sie ist halt Chaos, sie ist ein Faktor, mit dem wahrscheinlich keiner rechnen wird. Ja, der auch vielleicht unberechenbar ist in der Hinsicht, wenn wir uns die Welt wie so eine Matrix vorstellen und dann so ein Faktor reinkommt, der im Grunde macht, was er will. Ja, genau. Von niemandem gesteuert und nicht mal von sich, von irgendwelchen eigenen hier Antrieben, weil sie ja selber, sie macht das ja nicht, guck mal, ich bin böse, ich habe irgendein Ziel, sondern sie weiß, sie weiß ihren Platz nicht so richtig, sie weiß nicht, was Liebe genau ist und interpretiert das falsch und ja, das ist eine Lichte. Das wird auf jeden Fall noch interessant, wie der Faktor zustande kommt und was da passiert wird. Ich denke, da wird es noch eine ziemlich tragische Wendung geben bei der Thematik. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube, Chaos wird dieser eine Charakter sein, der nicht so einfach positiv aufgelöst wird. Ich denke, da wird es was Heftigeres. Das ist nur eine Vermutung, ich wissen tue ich nichts. Ich wurde heute auch, by the way, im Internet, auf Twitter, weil ich habe geteilt, dass ich Vorbereitung, also den Band lese und da wurde ich gefragt, inwiefern der Anime eigentlich den Manga abdeckt und adaptiert. Dadurch, dass ich mich natürlich nicht spoilern lassen wollte, habe ich ja da, also ich habe damals irgendwann gesagt, ich will den Manga lesen, wie ich es ja gerne mache, aber ich weiß, dass es, also es ist glaube ich so, es gibt eine Staffel, dann gibt es erste Staffel, dann gibt es, warte mal, ich kann es sogar, ich kann es sogar, ich kann es sogar gucken. Das ist vielleicht die smartere Lösung. Es ist so, ich kann es nicht genau sagen, das ist immer so ein bisschen das Problem auch an der ganzen Sache. Oh, toll. Das ist natürlich wieder mal fantastisch, wenn das jetzt alles wieder nicht so funktionieren möchte, wie mich das haben möchte. Ja, so. Es gibt auf jeden Fall OVAs, die finden immer so zwischendrin statt, das sind immer eher so Side-Stories. Ich weiß auch gar nicht, ob die per se im Manga drin vorkommen oder ob das so Anime-Only-Dinger sind. Ich denke, ich werde den Anime auf jeden Fall irgendwann nochmal gucken, weil ich habe da schon Bock drauf. Ich habe ihn ja sogar, auf UK-Fassung. Ich, genau, es gibt den ersten Teil mit 13 Episoden, dann gibt es Forte, also Solano Otashimono Forte oder Heaven's Lost Property, wie es auch im Englischen heißt. Dann, das sind nochmal zwölf Episoden. Dann, genau, daran kann ich mich noch erinnern, dann gibt es The Angel Lloyd of Clockwork, das ist der Film. Mhm. Da ist diese ganze Thematik mit hier Hiyori. Ja. Ein Ding. Allerdings, und da muss ich jetzt dazu sagen, das ist das, was mich so ein bisschen irritiert, wurde da viel, also die Arc von Hiyori, wurde im Anime-Film, glaube ich, komplett anders gemacht. Ich habe die komplett anders im Kopf. Allein schon, wenn du hörst, The Angel Lloyd of Clockwork. Okay, ja. Haben wir jetzt nichts von mitbekommen im Manga, oder? Nee, nicht wirklich. Ja, ja. Das ist irgendwie komisch. Bei ihr waren ja die Symbolik eher so, dass die Glocke, ne? Ja, ja, genau. Also, ja, keine Ahnung. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich habe es geguckt. Das war ein Film-Film tatsächlich, der ging eine Stunde und 60. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, weil es schon so lange her ist. Und dann kam irgendwann, ja, 2014, also quasi da, wo auch das Ende des Mangas war, kam dann auch der Final Movie raus sozusagen, der direkt danach quasi kommt. Und der geht nur 49 Minuten. Und der soll wohl angeblich das Ende darstellen. Aber auch hier, ich bin mir nicht sicher, ob er das Ende darstellt oder ob es doch ein alternatives Ende ist oder sowas. Ich bin auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, wie das dann letzten Endes resultiert. Also, nochmal diese Frage kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich Angst habe, mich zu spoilern. Das möchte ich auf keinen Fall, weil, ja, bei uns dieses Rätseln und so ja auch Spaß macht. Und das finde ich, das ist auch immer so eine Sache. Wenn du keine Probleme hast mit Spoiler, ist das ja natürlich deine Sache. Aber ich finde es, so diese spoilerfreie Rumrätseln und Theorien aufmachen und so und dann überrascht werden von dem Ergebnis, den der Manga-Kafor quasi gemacht hat, das finde ich geil. Und das finde ich immer, das gehört zum Erlebnis dazu, wenn mir das jemand nimmt, ja, finde ich das scheiße, weil dann wird mir ein Stück weit den Spaß genommen, ne? Ja, ja, genau, genau. Ja, also, ich verstehe es, dass wenn jemand, wenn Leute sagen, oh, es wird zu viel rumgeheult wegen Spoiler oder so, aber ich finde, manchmal aber auch zu Recht, manche haben da einfach Spaß oder ziehen sich den Spaß draus, so wie wir auch. Und wenn uns da jetzt jemand was vorschmeißt, dann ist das halt ein Arschloch, ne? Ja. Dann wird er auf dem Kanal gebannt. Also, da bin ich rigoros, weil das ist einfach... Ja, ja, also hier, Spoiler würde ich auch absolut rigoros in die Tonne schmeißen. Der fliegt, der oder die fliegt für mich, weil das finde ich einfach, du kannst die Meinung vertreten, dass es dir nichts ausmacht, gespoilert zu werden, aber ich finde, man sollte trotzdem respektieren, dass es Leute gibt, die daraus Spaß ziehen. Ja, genau. Wenn man jemand anderem aktiv den Spaß nimmt, weil man sagt, ja, ich denke nicht so, dann, naja, dann ist das für mich halt genauso, wie wenn man mich beleidigen würde, weißt du? Das ist halt einfach so aktiv, um jemanden ans Bein zu pissen. Mhm. So Leute brauche ich nicht. Bin ich zu alt für, um mich damit noch auseinanderzusetzen. Der fliegt dann und gut ist. Genau. Also, Warnung an euch draußen. Aber ich weiß, dass ihr cool seid, vor allem die, die bisher her zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wir auf jeden Fall. So im Fazit kann man sagen, wieder einer der stärkeren Bände, weil er sich komplett darauf fixiert, die zwei neuen Charaktere komplett von Anfang bis Ende zu etablieren. Das finde ich schön. Ja, genau. Das gab es eigentlich so in deren Format nie. Es gab immer so ein lustiges Zwischenkapitel oder sowas, aber hier hatten wir eigentlich komplett die Harpien. Harpien-Arc, genau. Harpien-Arc. Ja. Und ich mag Harpien ja sowieso, weil ich komme aus der Yu-Gi-Oh!-Zeit, wo ich ein Harpien-Deck hatte und deswegen bin ich biased. Biased as Fa. Ja. Sozusagen. Harpien sind sowieso immer cool designt oder so. Das ist auch einfach immer ein cooles Konzept. Ja, definitiv. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Flo, dass du wieder Zeit hattest. Ja, kein Problem. Und mal schauen, wann wir, mal schauen, wann das nächste kommt. Das wird schon. Ja, in sechs Tagen quasi wird der Podcast dann online sein, weil wir haben ja gesagt, es ist der Manga-Montag. Ja, genau. Da halten wir uns dran. Ja. Und mal schauen, wie lange wir noch brauchen, bis wir die restlichen dann... Heute ist der Ostermontag. Ja, für die Leute, die es wissen wollen. Ja. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, wünsche ich mich natürlich über eine positive Rückmeldung freuen. Und ansonsten schaut in die Videobeschreibung rein, wenn ihr mich supporten wollt beziehungsweise auf Twitter folgen wollt. Wenn ihr die Videobeschreibung gucken, gibt es jede Menge Möglichkeiten. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Mesa-Manga. Das war der Flo. Ich bin der René von der Mesa-Manga. Bis dahin und wir sagen wieder einmal Ciao. Ciao. Bye-bye. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gute Nacht. Tschö. Untertitelung des ZDF, 2020